Liebe, liebe Menschen, willkommen zurück zu Mario, Schmario Odyssey, ähm, ich glaube das Spiel hat nicht mehr so viel für uns zu tun, äh, oder zu bieten eher, was wir noch zu tun haben, ähm, wir müssen hier noch ein paar Monde sammeln, dann müssen wir noch mit dem Taximann in der Wüste einmal sprechen, und dann kommt auch schon die allerschlimmste Mission, die jemals in einem Spiel gemacht worden ist, und ich rede nicht von einem Mario Spiel, sondern in einem Spiel überhaupt, einmal heute kommt ein mittelschweres Level, genau das, genau das, okay, du sagst mittelschwer, ich hab gehört, das soll schlimmer sein als alles, ähm, okay, warte mal, gucken wir mal, was wir noch alles machen müssen, ich werde für alle diese, das war falsch, alle diese Sachen tot anlabern, in der Hoffnung, dass mir alles davon auch angezeigt wird, ich weiß, ich muss noch einen Samen finden, ich muss noch mit Yoshi eine Beere irgendwo fressen, und an irgendwas anderes kann ich mich nicht mehr erinnern, ähm, genau, aber es soll, äh, dieses Level, äh, hier, dunkelster Tiefpunkt der, des Mondes, oder wie das Ding heißt, ähm, ähm, das soll ein sehr schweres Level sein, so im Stil von, ähm, finales Level Mario Odyssey, ne, ich meine Mario, das ist ja das, was sie gerade spielen, Mario Galaxy 2, Mario 3D World, das liegt ja noch vor uns, Mario 3D World, Mario 3D Land, wobei die waren nicht alle gleich schwer, ne, aber, Mario Galaxy 2 hat das zum Beispiel sehr in sich gehabt, Mario 3D World eigentlich auch, vor allem, wenn man das hier fünfmal machen muss, weil es ja fünf Charaktere sind, ähm, Mario 3D Land, wenn man mit Power-Ups reingeht, geht das eigentlich, die superschwere Level, äh, gibt's bei New Super Mario Bros. auch noch so superschwere Mario Level, ich weiß es gerade gar nicht mal mehr, eigentlich ja nicht, außer dieses DLC-Pack von New Super Mario Bros. 2 vielleicht, aber, naja, so, ich kauf die jetzt mal alle, finde Mario Galaxy 2 schwerer, da man sich hier treffen lassen, nicht treffen lassen darf, achso, da man sich hier treffen lassen darf, okay, ähm, okay, 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 ein, das sieht aus, als wären einige von den Monden im Schloss, ähm, ja, ich bin mal gespannt, also, ich weiß jetzt, äh, nicht viel darüber, aber, gut, wenn das nicht komplett, äh, ohne einen Hit zu kassieren laufen darf, vielleicht habe ich ja dann eine Chance, ähm, so, einer war doch, muss ich wieder mit dem Hund, ah, ich muss wieder mit dem Hund unterwegs sein, ich vergesse immer den, die Hunde, Hunde-Mission, äh, ja, guten Abend, Mr. Foali, was ist das im Hintergrund, was ist das, seht ihr das, sind das Ruinen oder sowas, soll das die Wüste sein, schau, dass die Wüste mehr schon durch ist, das würde heute passen, findest du, also, ich, überhaupt, der Grund, dass ich überhaupt heute streame, ist, weil es ja wirklich wieder kühler geworden ist, wäre es so heiß wie gestern und die Tage davor, dann, oh, der bringt mir mein, mein Hut, ähm, dann hätte ich gar nicht erst streamen können, also, es ist schön abgekühlt, ähm, und die Gelegenheit habe ich dann direkt mal ergriffen, ergriffen, so, jetzt können wir natürlich hier lange suchen, das könnte theoretisch hier überall sein, hast du was, mein? Ja, da hilft mir das, Todd hilft mir Ding jetzt auch nicht mehr so sehr weiter, wenn Zeit heißt, ja, geh mit dem Hund los, aber, ja, wir haben ja das ganze Pilzkönigreich hier und mit, damit meine ich, äh, damit meine ich ja, die ganze Fläche um Pietschloss herum und das ist ja schon ziemlich groß, wobei ich schon glaube, dass wir irgendwie dran vorbei sind, ich weiß nicht, ob das gedacht ist, dass es hier sein soll, aber nicht in Potsdam, Potsdam ist immer noch heiß, interessant, also, bei uns, draußen waren es jetzt so teilweise, also, laut Anzeige, es hat sich jetzt nicht ganz so angefühlt, aber es hieß, es waren so 16 Grad, so, und ich habe wie ein Irrer die Fenster hier aufgerissen, um möglichst kühle Luft hier wieder reinzuholen, weil im Dachgeschoss kann es natürlich immer sehr undankbar sein, okay, warum hat der so einen Sprung gemacht? Einfach um cool zu sein, um uns, dem Zuschauer, Entertainment zu schenken, kickt die Pilze, scheiße, der findet hier gar nichts, Hundi, geht der Hund auch durchs Wasser wahrscheinlich nicht, oder? Der Hund ist im Wasser, und ich darf nicht mehr so weit runter gucken, interessant, 31 Grad bei uns, tatsächlich schon 5 Grad kälter als am Wochenende, what the fuck? Okay, oh, scheiße, eigentlich wollte ich den gar nicht, ja, es hat, es hat viel geregnet, gerade über Nacht, und dadurch sind wohl kältere Temperaturen auch gekommen, scheiße, wo soll denn dieser Schein-Spright oder Sonne oder Mond oder Stern sein in dem Fall? Ich werde hier gar nicht fündig mit dem Hund, er kann ja gar nicht hoch, ich gehe mal das Ding resetten, okay, irgendwie lief das jetzt nicht so, lief jetzt nicht so, komm ich hier wieder hoch, da, toll, danke für Stampfattacke drücken, ich muss üben, erstmal ein Pro-Gamer in Odyssee zu sein, weil, darauf wird es gleich ankommen, wahrscheinlich, in diesem super Schwärmlevel, oh, nee, ach, das ist eine Ranker, okay, und, ich hoffe, wir kommen auch schnell dahin, weil, ich weiß nicht, wie lange das hier mit diesem Hund gehen soll, weil, Mann, okay, das ist blöd, ich bin nicht, ich bin irgendwie ein Gefühl aus der Übung und das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt, aus der Übung zu sein, so, wo ist der Hund? Wo ist der Hund hin? Da ist er wieder, man spekuliert ja, dass der Klimawandel aus Brandenburg eine Wüste macht, das fühlt sich gerade realistisch an, boah, ich, hab zwar italienische Gene in mir, aber ich mag halt echt nicht so wirklich Hitze, hast du nicht schon genau hier gebuddelt? Ich glaube nicht, dass der Mond hier sein wird, nee, das sind nur ein paar Münzen, jag die Eichhörnchen, sieht ja gar nicht gut aus, wo habt ihr ne, wo ist er hin? Oh, jetzt bleibt er da, komm schon, ey, bitte, ich bin voll aufgeschmissen gerade, oh, ich hab ihn zum Glück, okay, der Mond ist glaube ich eher am Anfang, ja, das, das habe ich mir auch schon gedacht, als ich dann komplett hinterm Schloss unterwegs war, dass das glaube ich auch gar nicht mehr so sehr, das ist, wo ich sein soll, was ist denn dieser Punkt hier, na egal, gehen wir mal zum, Wasser, bin ich hier richtig? Ja, so, an sich ist das ja auch meine Lieblingswelt, ich mein, das fühlt sich an wie Marius zu Hause, gefühlt, den haben wir schon, aber schön, dass wir uns nochmal die Animation hier geben dürfen, hier unten, oder was? Ja, da, scheint noch was zu sein, okay, da ist die, oh, super, ja, die habe ich, ich weiß, dass als wir damals das Level hier gespielt haben, dass ich die auch gesehen habe, aber dann habe ich es vergessen, so, und jetzt muss ich aber außen runter mitlaufen, weil über die Ranke kann ich ja nicht mehr, sehr gut, solche Hunde gibt es auch in Breath of the Wild, wegen Mario, und ich sehe das am Anfang, die würden Narrowel Okrox ausbuddeln, okay, was machen die da, haben die da auch Nintendogs, Sprites genommen, nein, das sind ja keine Sprites-Modelle, ich habe nicht erwartet, dass die Hunde, ich meine wahrscheinlich ohne Hut, aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass es das gibt, einfach nochmal Hund, wahrscheinlich haben die schon einmal dieses Modell rausgeholt, und dann dachten sie sich, ach, was soll das, machen wir, ich glaube Breath of the Wild kam vor Mario, oder ist ja raus, oder? Welche Reihenfolge kam die raus? Wie findet ihr den Trailer von dem neuen Breath of the Wild Spiel? Jetzt sagt nicht, ihr habt ihn nicht gesehen, ich weiß, dass jeder von euch das gesehen hat, so, ähm, wo ist nochmal das? Da. Breath of the Wild buddeln die Truhen aus, soweit ich mich erinnere, mit Rubine drin und so, okay, buddeln, Hunde umbuddeln, das ist, geht wohl Hand in Hand, oh, und er ist drin, okay, jetzt müssen wir da halt warten, bis dann mal irgendwann, was passiert, aber hier scheint ja direkt was vor mir zu sein, genau, hier, what, da, lass mich raten, da, aber wir waren ja schon hier, okay, dann gibt's hier wohl noch mehr, hier ist echt noch ein Mond, okay, komisch, normalerweise, nee, oder hab ich nicht einen geholt und, ja, dann gesagt, hm, wo ist der zweite, wo ist der zweite, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, und das war's dann, ich weiß es nicht mehr so genau, weil normalerweise, müsste ich ja wissen, dass es zwei Monde gibt, der Trailer war so gut, dass man halb unverändert bleibt, das sehen aber nicht, wie bei Nintendogs aus, ich fand, okay, ich fand, es war jetzt kein schlechter Trailer, okay, ich mein, hier spricht sowieso jemand, oder, oh shit, Odyssey, nee, wer ist das Breath of the World 1 nicht mal gespielt hat, aber es war ein Trailer, der ging eine Minute, 34 oder so, irgendwas in dem Dreh, und wirklich effektiv gezeigt, wurde da, gefühlt die halbe Zeit nichts, also, man hat da halt irgendwie so ein Felsen gesehen, dann war lange der Bildschirm dunkel, dann hat man irgendwie nur diesen Hintergrund die ganze Zeit, also, das Ende war so ein Endstandbild, warte, da ist das Ding doch, oh, gut versteckt, ähm, genau, das einzige, was man, was man jetzt weiß, ist, Link hat irgendwelche Zeitreisefähigkeiten, oder sowas, okay, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist es auch egal, denke ich, und Link hat lange Haare, nee, wirklich das erste, was ich gedacht habe, war, hey, Moment mal, das ist, das ist doch schon wieder, hier, Skyward Sword, als er durch die Luft da, den Stern hat man kaum gesehen, ja, ich habe den gerade noch so erkannt, ähm, ich war so richtig, warte mal, das ist doch schon wieder Skyward Sword, was er mir hier zeigt, langer, Link auf dem Breath of the Wild 1, okay, ja, sieht man nur wahrscheinlich gar nicht, oder, oder doch, ich, wie gesagt, habe es nicht gespielt, so, ähm, am Schloss scheint noch viel zu sein, dann ist hier noch einer, ähm, welche Richtung muss ich denn gehen, um dahin zu kommen, okay, aha, Moment, das ist die Beere, die ich die ganze Zeit gesucht habe, die ich mit Yoshi noch fressen muss, nur mal so ganz nebenbei, äh, jetzt auch mal das ganze Wasser weg, wo ist das Yoshi-Ei, wo ich mich in Yoshi verwandeln kann, war es auf dem Schloss, wie komme ich nochmal auf das Schloss drauf, ich habe es vergessen, Hallo Erich, Hallo Erich, Eric ist endlich im Chat, wir haben gerade eben noch ein bisschen geschrieben, ich glaube, gestern, kam unser finaler Mario Kart Part online, von damals, wie komme ich nochmal hier hoch, oh, ich habe es voll vergessen, war von einem Dunkey, ein Video abgelenkt, mit einer Vogelscheuche, achso, ja, richtig, richtig, danke fürs Bescheid sagen, ähm, genau das Ding, ja, ist lange her, dass ich hier gewesen bin, und oben ist der Yoshi, richtig, ich hoffe mal, das gute alte Mario Kart, ja, hier ist Yoshi, okay, und das Ding, weil ich die ganze Zeit im letzten, oder vor oder vor vorletzten Streaming, wann das war, gesucht habe, oh, ist hier drin, aber erst muss das ganze Wasser ausgesaugt werden, okay, ich dachte, Yoshi darf auch unter Wasser leben, denn in Mario 64 kann Yoshi sehr wohl auch in Wasser leben, und in allen anderen Spielen auch, außer Mario Sunshine, aber anscheinend gelten hier die Mario Sunshine Regeln, ich bin sehr gespannt, wie lange du fürs finale Level brauchen wirst, ich habe, ich halte alles von Second Try bis zwei Stunden für realistisch, mir ist es in erster Linie wichtig, dass ich es überhaupt noch heute schaffe, und wenn es, oh, dieser Soundeffekt, und wenn es zwei Stunden das Worst Case Szenario ist, dann halte ich das immer noch für eine gute Sache, weil dann heißt es ja immer noch, heute wird es noch gemacht, ich bin froh, dass ich jetzt durch Zufall die Beere entdeckt habe, es war wirklich gerade Zufall, ich weiß noch, wie ich hier rumgelaufen bin, in diesem einen Stream, nichts mehr gesehen habe, und dachte, wo ist das, wo ist das, ich weiß noch, dass ich hier irgendwo finden muss, und jetzt habe ich sie einfach so gesehen, so, das gibt mir hier schon mal einen Stern, und dann kann ich da rein, dein Bruder guckt das manchmal, unsere alten Mario Cards, wie cool, als wir richtig zehn Jahre alt waren, nein, das ist der Drachenboss, oh scheiße, okay, wir müssen wieder gegen den Drachen kämpfen, und ich habe null Erinnerung, wie der funktioniert, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich bin sehr gespannt, vielleicht auch drei, ich wollte dich nicht entmutigen, meine sechs Stunden schlägst du auf jeden Fall, sechs Stunden, okay, wenn es leichter ist, und wenn es auch nur ein bisschen ist, der Boden ist eisig übrigens, wenn es auch nur ein bisschen leichter wird, als in Mario Galaxy 2, dann glaube ich, habe ich eine Chance, okay, ich glaube, das ist genau eins zu eins der gleiche Boss, nein, diese Wellen hat der vorhin so nicht gemacht, mir das Herz schnell, ich muss mich beeilen, vorher lebendig wird wieder oder so, nein, nein, ich habe es versaut, okay, gut, neuer Versuch, neuer Versuch, kann ich das resetten oder sowas, ich kann diesen Dinger nicht dodgen, ich kann den jetzt noch weniger dodgen, jetzt wo alles Eis ist, ja, und lass mich mal den dodgen, da ist vorbei, wenn die Dinger kommen, diese Wellen, boah, da kann ich überhaupt nicht mehr abhauen, okay, schade, ich mag, dass diese Jingle immer noch kommt, auch wenn man sich gar nicht entscheiden darf, für irgendeine Mission, okay, der Typ braucht drei Treffer, ja, wir haben nicht einen geschafft, und sind schon gestorben, nur mal, um was dazu gesagt zu haben, so, wie weiche ich diesen Dingern hier aus, guck mal, ich wollte, ich wollte es richtig machen, okay, so, es waren echt ein paar Frames, die ich eben zu langsam gewesen bin, oh, jetzt sind es schon noch mehr von denen, super, so, ja, oh, ich krieg diese Attacke nicht gedodged, wirklich, oh, schaff ich das in einem Ruck, komm, weil ich, oh, gerade noch so, aber ich krieg, ich, ich krieg seine Attacke nicht gedodged, das ist nicht gut, wo ist das Ding, hier, oh, geht weg, wie viele, sind denn das jetzt, oh, der letzte muss mich erwischen, der letzte kommt dann auf einmal, scheiße, okay, komm, find's wieder nix, okay, ich würde sagen, wir haben gewonnen, puh, der ist halt in sich, sechs Stunden, gleich, gerade mal, zwei bis dreimal so lang, wieder hundert Münzen, Luigi aus Mario Galaxy 1, den du zerstört hast, warte mal, was, was war nochmal der, warte mal, was ist das, hundert, ja, 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 ey, das war für mich so eine, ähm, nebensächliche Mission, da ich schon gar nicht mehr gewusst habe, was diese, hundert Münzen Luigi bedeuten soll, ja, das war diese lila Münzen Mission, die man auf diesen, Luigi Sprite Level, gemacht hat, richtig, okay, das sind ja schon mal drei Monde, alles klar, so, hab hier nicht das, damit gerechnet, dass wir ja noch so ein Boss Level machen, ja, ähm, so, jetzt wollte ich aber trotzdem noch woanders hin, ja, so triviale Missionen, weil ich nicht mehr in meinem Änderungsummel, so, ich glaube, ich muss irgendwo dahin, richtig, was los, red mit mir, red mit mir, hat er keinen Dialog, tada, oh, warte mal, wieso konnte ich jetzt auf dem Baum stehen, okay, wie, wie, kommuniziere ich mit diesem Tod, ach, das ist der Hut, der mit mir redet, okay, okay, da bin ich jetzt sonst auch nicht gekommen, okay, so, und jetzt ist irgendwas im Schloss, auf dem Schloss, stimmt, war nicht einer ganz auf der Spitze, und ich hab nicht gecheckt, wie das ging, oder sowas, nee, oder hab ich das schon geschafft, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen, wow, und dafür hab ich jetzt sechs Stampfattacken hier gemacht, so, was war denn hier nochmal, das kann natürlich einiges sein, lass mich nochmal nochmal hier umschauen, worum's hier überhaupt geht, ja, einmal im Kreislaufen können wir ja mal machen, Mist, komm schon, ich flieg die ganze Zeit da wieder runter, oh man, okay, also, die sind irgendwo, hier, da drüber, ich weiß es nicht, ich war ja, war ich schon mal ganz auf der Spitze, warte mal, okay, 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 nein, nicht runterfallen, okay, sehr gut, aber hier war ich schon, okay, was gibt's denn dann hier zu holen, auf dem Balkon ist ein Mond, was ist der Balkon, wo ist der Balkon, ist das hier am Balkon, ich hab's noch nichts, ich hab's noch nichts ganz durchblickt, Richtung Eingang runterspringen, oh, okay, ähm, ach da oben, ach, da ist Peach, ich seh sie doch gerade, oder, hab ich sie grad gesehen, alles klar, wow, in ihrem normalen Outfit, okay, dank für den Hinweis, bla 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 bla, seit wann kann Peach überhaupt ganze Sätze sprechen, ein letzter Mond, tja, leider ist das kein Mond, ja, ähm, gut, in ihrem hässlichen Outfit, ja, aber ich glaube, das ist einfach ihr ikonisches Outfit, also einfach das, wie man sie halt kennt, ich mein, ja, pinke Kleider, ändert mehr so an irgendwas Karneval-mäßiges, muss ich für den vielleicht ins Schloss, ich glaube, ich muss im Schloss danach suchen, ne, okay, im Schloss, hier gibt es irgendwo einen, einen Stern für mich, aber ich weiß nicht wo, naja, es gibt zumindest ein bisschen Geld hierfür, ne, okay, wo könnte das sein, ich hab ja schon einen bekommen, indem ich mal in die Sonne geguckt hab, deshalb finden auch alle Rosalina besser, ich mein, wie viel besser ist jetzt Rosalinas Kleid, das ist eigentlich auch nur ein Türkis einfach, das Ganze und fertig, ja, den hab ich schon, der ist nicht neu, so, das mit dem Bild suchen, das hab ich hier auch schon gemacht, deswegen ist auch ein cooler Haken davor, ist das sonst noch eine Idee? Ich bin mir auch nicht mal ganz sicher, dass es hier sein wird, oder nicht doch auf dem Schloss drauf ist, aber, das sah schon aus, als wäre es im Gebäude, ne, vielleicht ein Stammattacker auf der, aber es ist trotzdem ein cooler Vorwand, um dieses Lied sich hier anzuhören, die Blumen, ich mein, immerhin ist es nur, die Dingsetage hier, also der eine Raum hier, und nicht, wie in Mario 64, das komplette Schloss, wo man suchen muss, es gab so eine, es gab die Sachen mit den Bodenplatten, eine Bodenplatte war anders, okay, solche Sachen komme ich nicht, wirklich, eine Bodenplatte ist anders, das ist die hier, oh, was, für mich immer noch die Donkey Kong Country 3, Speicherhöhlenmusik, ich glaube, da gehört es einer, Minderheit an, so, es gibt wohl mehrere, die anders sind, kann das sein, und selbst den einen, habe ich nur ganz schwer erkannt, die eine ist ein bisschen hoch, was war das jetzt mit der 1, warte mal, ich habe anscheinend eine gefunden, aber, an der Seite, wo du schon eine eingestampft hast, oh, hier, hier, die tauchen nacheinander auf, okay, jetzt ist sie aber woanders, oder, oder nicht, ach, da oben, okay, scheint nicht sehr gleichmäßig zu sein, ich dachte mehr, als ihr gesagt habt, eine ist anders, dass, irgendwie, dieses, Karo-Muster hier nicht, übereinstimmt, dass irgendwann, eine schwarze Platte zu viel, oder so, da ist, so ein bisschen wie, Cringe, damit, damals angefangen hat, Cringe war früher nicht dieses, ähm, achso, darunter hat man früher nicht verstanden, so, äh, My Little Pony, Windeln tragen, oder sowas, sondern früher war echt so Cringe, so Sachen wie, alles ist genau gerade, und da ist irgendwie, eine Sache, die nicht perfekt dazu gehört, das ist Cringe, so hat das damals angefangen, so, wo ist denn jetzt das eine, bitte, hm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon, irgendwie unruhig bin, noch bevor wir dieses, tatsächliche, finale Level überhaupt, betreten haben, links bei dem Tod, okay, das ist blöd, hier gibt es echt, eine Menge Tods, Oh, da ist es, oh, es geht immer noch, okay, bei jedem mal stampfen, hoffe ich immer so ein bisschen, okay, das war es jetzt aber, oder, es hört nicht auf, okay, jetzt mal wieder hoch, jetzt mal nicht hier, okay, da, ach, komm schon, irgendwann ist es doch gut, wie lange wollt ihr das noch mit mir machen, ich habe mich schon gefragt, ob 5 oder 8, tja, wenn es 8, ich denke mal, es muss bei irgendeiner geraden Zahl aufhören, und ja, 5 ist keine gerade Zahl, ihr wisst ja, was ich meine, so eine, nummerisch passende Zahl, also eine der Zahlen, die man auch benutzt, wenn man mit der Fernbedienung, den Fernseherlaut oder leise macht, dass man es bei einer gewissen Nummer dann auch lässt, ich meine, ich glaube, das ist sogar echt so ein Phänomen, viele Leute, nicht alle, aber viele Leute, würden jetzt ihre Lautstärke zum Beispiel, niemals auf 16 stellen, sondern immer nur auf 15, oder sowas, und dann 19, und dann, ah, wenn es schon 19 sind, dann machen wir noch 20, rechts neben der mittleren Treppe unten, echt, ich sehe es gerade nicht, irgendwie stören mich auch die ganze Zeit, diese Sprechblasen von den Tots, ich versuche hier gerade zu gucken, und überall labern mich diese Tots hier voll, guck mal, der war richtig versteckt, Dankeschön, dafür, anscheinend seht ihr die Sachen oft schon vor mir, okay, so, haben wir es endlich, gut, dann, haben wir glaube ich alle bis auf den, oder, also den, ähm, mit dem Samen, ich hoffe der ist jetzt mittlerweile fertig, sonst müssen wir wieder zurückkehren hier später, aber irgendwie hätte ich jetzt schon Lust, den direkt einzusammeln, ich glaube der ist durch, yes, okay, Pilzkönigreich durchgespielt, das ging zum Glück, relativ einfach jetzt, wo wir, diesen Tott wieder, diesen Tott bezahlt haben, so, und sagt, wo wir hin müssen, so, dann gehen wir mal kurz zurück in die Wüste, nein, das ist ein Shop, das ist nicht mein, Spaceship, ob es jemanden gibt, der diese Bodenplattenaufgabe mochte, vielleicht Leute, die beruflich Fliesen legen, oder sowas, aber ich meine, es ist, es ist ja auch keine schlimme Aufgabe, es ist jetzt einfach nur so ein, so ein bisschen unnötig irgendwie, aber es ist jetzt nicht schwer, oder nervig, so richtig, die Mission war ja nicht schwer, außer vielleicht der Drache, ja stimmt, das was jetzt übrig war, war jetzt echt nur so ein bisschen Zeug, weil ich übersehen hab, so, da müssen wir mal kurz, ja, zum Taxi unternehmen, und ich glaube, der ist doch direkt hier vorne, oder? Er liebt es hier zu sein, so, okay, das heißt, wir haben jetzt alles gesammelt, überall, nur nochmal zum Gucken, jedes Level ist komplett durchgespielt, und jetzt haben wir nur noch, wie komm ich hier raus aus diesem Ende, jetzt haben wir nur noch dieses ganz schlimme Level vor uns, ne? oh yeah, okay, ich hab Angst vor diesem Level, aber, aber jetzt muss es sein, 877, ist da 800, wir kriegen drei Monde am Ende, oder? Da haben wir 880, und dann passt das, glaube ich, oder? Ist das so? Eigentlich krass, wie viele Paumonde der Sorte, naja, der hat ja gesagt, er ist ja auch selber viel rumgekommen, vielleicht hat er ja auch selber viel gefunden auf dem Weg, oder so, ja, wir springen, okay, unsere letzte Sequenz hier, und das ist das ultimative Level, und die warten hier schon alle auf mich, okay, jetzt, muss ich mich beweisen, okay, die Musik hätte ich hier nicht erwartet, die Band ist hier, springen, wir halten die einfach mal vom Spiel, Okay, das ist das Lied, ich merke jetzt schon, wie das gekopyrightet wird, genau wie ganz viele andere von meiner Mario Odyssey Streams, das nervt immer ganz schön, ich meine, die werden dann nicht offline genommen, zum Glück dadurch, aber irgend so ein Latin-Outshore-Pref kriegt immer meine ganzen 15 Cent Einnahmen davon, oh Gott, okay, ähm, das war noch nicht der Anfang, ja, das war, das war Übung, wir haben uns nur aufgereift, so, jetzt fängt es wirklich an, okay, aber das finde ich halt blöd, das liegt, glaube ich, und dieses, vom Wooded Kingdoms, also diese Waldwelt, Junge, Junge, ich kriege das hier ja gar nicht auf die Reihe, sobald das irgendwie im Stream läuft, zack, Copyright claimed, nein, das zählt noch nicht richtig zum Level, warte mal, warte mal, ich schaffe das hier nicht, und du sagst, es ist nicht mal Teil des Levels, okay, jetzt konzentriere ich mich, okay, ich bin ja auch total unkonzentriert, das wird noch ein Problem, warte, muss ich da rüber springen, nee, kann ich da rüber springen, weiß ich nicht, ob ich das shoppen würde, okay, das ist aber das Level, oder, wie ist das, muss ich gegen euch kämpfen, ich muss mich erstmal hier oben schauen, muss ich gegen den kämpfen, das ist das Level, oder kann ich einfach gehen, oh, okay, ich verstehe das Problem, viel Erfolg, danke, aber anscheinend muss ich gar nicht gegen den Typen da kämpfen, glaube ich, oh, was mache ich da, Scheiße, okay, okay, ich habe nicht gewusst, ich habe ja nicht mal gesehen, was hier abgeht, wenn ich Glück habe, kriege ich ja mein Leben hier irgendwo aufgefüllt, Leben auffüllen, gibt es, ja, okay, immerhin, immerhin, ich glaube, der Typ gibt ja ein 6er Herz, das könnte mir wirklich weiterhelfen, ein 6er Herz, jetzt ist es leider ein bisschen zu spät dafür, oh, okay, 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 das ist nicht gut, ich weiß nicht, was ich, ich bin tot, ich bin an der dümmsten Stelle überhaupt gestorben, ich habe nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, ich sehe das jetzt nicht mal ein, den zu bekämpfen, ich mache das jetzt erstmal ohne, ich habe nicht verstanden, wie ich mit diesem Lava-Blob irgendwie durch die Löcher springen kann, weil ich nicht genug Range dafür habe, irgendwie, toll, jetzt steht er auf der anderen Seite, sonst hätte ich ihn von hier oben angegriffen, naja, das war ganz schön unfair irgendwie, aber gut, ich glaube, das Level hat es auch nicht darauf abgesehen, fair zu sein, so, und das hier muss ich jetzt auch mal richtig machen, nehme ich so, tada, gar nicht mal so schwer, so, das war ganz schön blöd, okay, das ist aber nicht weiter schlimm, weil ich kriege gleich noch ein Herz, so, wow, ich bin Mr. Schlecht, aber ich habe nicht mal Schaden genommen, frag mich nicht wie, gut, so, aber ich komme mit diesem Lava-Ding nicht klar, ich verstehe, ich verstehe nicht, was ich hier falsch mache, ich springe nämlich mit dem, aber irgendwie, springe ich nicht weit genug, vielleicht muss ich hier immer so Anlauf nehmen, ja, jetzt scheint es besser zu gehen, okay, Moment, irgendwann muss ich doch mal eine Gelegenheit haben, da rein zu springen, ja, das blöde ist, wenn ich in Bewegung bin, dann setze ich die Kamera zurück, so, jetzt nehme ich erstmal Dickschaden, und verkacke es, und verkacke es, das ist ja fantastisch, ja, ja, danke, danke, Herz, okay, ich nehme Schaden und verkacke es, das ist traurig, traditionell Sprint mit Y, das habe ich jetzt auch irgendwie gemacht, ich weiß nicht, ob ich es eben die ganze Zeit gemacht habe, weil genau das hier passiert mir die ganze Zeit, ich habe gedrückt, doch, ich habe es gemacht, ich habe es die ganze Zeit gemacht, aber es funktioniert irgendwie nicht immer so, wie ich mir es gerne vorstelle, und das Problem ist leider, wie oft auch, das mit der, oh, Kamera, okay, kommt hier der erste Checkpoint? Ja, es gibt auch Checkpoints, denke ich mal, in diesem Level, oder nicht? Also, wenn das jetzt, ähm, Dinoland Musik war, und jetzt Wüstenland Musik kommt, schließe ich jetzt daraus, dass jede Welt Musik mal kommt, was heißt, dass wir vom Level selbst her, noch ganz am Anfang sind, das heißt, wir sind jetzt im zweiten Abteil von, ich weiß nicht mal wie vielen, okay, ich verstehe diese Stelle ja nicht, jetzt also, von irgendwie 15 Level-Segmenten, das ist gerade Segment 2, oder sowas, oh, diese Dinger, wie töte ich die? Och, komm schon, bitte, mach, ich weiß nicht, wie ich die, loswerden kann, es kann doch nicht daran scheitern jetzt, an solchen, scheiß Viechern, die Frage auf den Checkpoints, bin ich nur peinlich berührt, nicht berührt, schweigen, ja, guckt euch das mal an hier, ich sterbe jetzt hier, ich kann den noch nicht allen dodgen, die respawnen ja auch jedes Mal, also, ich fette sie hier nicht endgültig los, guckt euch das an, ich komme hier nicht mehr weiter, die haben mich komplett, äh, eingekesselt, ja, okay, hört das jetzt auf, oder sind die jetzt für immer, hier und, ja, ich komme nicht weiter, die töten mich doch jetzt hier, ich war eigentlich schon, ich weiß nicht wie weit oben, aber relativ weit oben, aber dann kamen diese Dinger, und dann ist es vorbei, so, guck mal, die treffen mich jetzt, und das war es dann, zack, ich habe es angekündigt, angekündigt, ich weiß nicht, wie ich den dodgen soll, wenn ich glaube ich nicht perfekt, im ersten Rutsch hochkomme, dann spawnen die sofort, und dann war es das, dann bin ich tot, das muss perfekt laufen, glaube ich, ich habe es nicht verstanden, eigentlich kommt mir die Stelle vor, als sollte die gar nicht schwer sein, aber irgendwie, ist sie unfreiwillig schwer geworden, dann, weil diese ganzen, wiegelfiecher kamen, und dann, eine komplette Invasion davon da war, und ist dann, für mich, unbar eigentlich, so hochknapp, so hochknapp, Okay, Lava, nächster Versuch, leider, tue ich mich da nicht leicht, der Lava, ich würde die Kamera, ein bisschen so haben, aber das Spiel, lässt es nicht zu, die Kamera, ändert sich irgendwie, von selbst wieder, in so eine Position zurück, schon mal besser, schon mal besser gelöst, so, das muss jetzt hier, perfekt laufen, wenn es nicht perfekt läuft, dann, kann man es direkt, wieder sein lassen, weil die sind ja nicht, von vorne reingespawned, guckt euch das mal an, ich weiß nicht, da unten sind die, und dann vermehren die sich, oder so, ich weiß nicht genau, wie das hier, bitte nicht, oh, bitte nicht verloren haben, schon, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, oh Gott, bitte nicht, nein, ich schaffe es nicht da hoch, der hängt sich die ganze Zeit, irgendwo ganz bescheuert auf, wo sind die hin, wo sind die hin, einer hüpft da noch rum, bitte keine Fehler machen, irgendwie ist das für mich, so ein Codewort wie, nur Fehler machen, bitte geh weg, geh da hoch, nein, nein, oh Gott, ey, ich krieg das nicht hin, ich kann die Kamera auch nicht drehen, guckt euch das mal an, ich will die Kamera drehen, da, ich will die Kamera nach rechts drehen, das Spiel lässt mich, aber die Kamera nicht drehen, so, nur so komm ich da hoch, ja toll, und jetzt, vielleicht ist hier noch ein Herz dran, immerhin, so, hier und da, kriegt man ein paar Herzen, schaffe ich das da, mich hoch zu cheesen, was denkt ihr, wieso rutsche ich denn jetzt hier runter, im Moment, vielleicht geht das, ich weiß es immer nicht, geh weg, geh weg, geh weg, versuche es, okay, ich habe mich jetzt nicht mehr getraut, gut, oh, okay, mache ich das richtig, dass ich jetzt hier keinen, Dingentyp mehr habe, ja, ich denke mal schon, dass das so gescriptet ist, Wasser, komm, Wasser, komm, Wasser, komm, ja, scheiße, ich werde Schaden nehmen, oh, und ich habe den Schaden genommen, okay, ärgerlich, aber vielleicht kann ich, ich das ja noch irgendwo weghallen, wir gucken mal, was, okay, Entschuldigung, Yoshi kann die Fuzzis nicht fressen, ich nehme nämlich Schaden davon, okay, dann lüge ich, dann hat jedes Mario Spiel falsch gelegen, an dieser Stelle, als ob man jetzt dafür abnudelt, okay, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich Yoshi hierbleiben, oder, was passiert jetzt hier, so, oh, die Waldmusik, ja, Copyright Claim, ciao, die, die haben, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, das ist irgend so eine, südamerikanische, Musikseite, oder sowas, und die haben es irgendwie hinbekommen, dass die, immer wenn dieses Lied hier gespielt wird, unter anderem, muss ich da hin, ich habe keine Ahnung, was war denn diesen Typen jetzt, wenn dieses Lied hier gespielt wird, dass die dann sagen, zack, bumm, deine Einnahmen gehören mir von dem Video, ich meine, bei mir geht es eh mal nur um so ein paar Cent, wenn es hochkommt, aber ich ärgere mich halt trotzdem darum, erstmal, weil ich die ganze Zeit irgendwie, per Mail die ganze Zeit, damit genervt werde, sowas muss ich überhaupt machen, und außerdem, weil ich das falsch anfühle, ja, oh, ach so, es gibt bei der Streaks nochmal ein 6er Herz, ja, schade, das hätte ich sie sehr gut gebrauchen können, scheiße, komme ich nochmal dahin, irgendwie, ich schaffe es da nicht mehr zurück hin, ne, scheiche, ich kann es gut gebrauchen, ähm, Entschuldigung, wisst ihr, was ich jetzt hier machen muss, warum, warum, hä, WTF? Okay, jetzt weiß ich zumindest wo ich hin muss. Oh, okay, komm, weile dich. Die Ringe sind irgendwie das Einzige, was mir irgendwie so ein Anzeichen gibt, wo ich hin muss. Okay, Sägeflug. Nächstes Mal. Wer weiß, vielleicht gibt es ja kein nächstes Mal. Nein, ich glaube selber nicht, aber... Okay, Sägeflug. Und schütteln. Wow, was passiert hier? Das ist mein direkter Ritt in die Hölle. Okay. Ich kann nur hoffen, dass ich in kein dieser Kerle reinknalle. Tja, sowas Blödes aber auch. Ey, als ob es... So viele schwere Stellen und ich sterbe immer an den dämlichsten Stellen. Das ist so schade irgendwie. Ich sterbe wirklich immer an den blödesten Stellen nur. Und nicht irgendwie da, wo sich Nintendo denkt, ja man, wir bauen hier was Böses ein. Sondern irgendwie nur da, wo es so richtig doof wird. Okay. Mit einem Sechserherz hätte ich das natürlich doch überlebt. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ehrlich gesagt habe ich auch lange Zeit gar nicht gewusst, dass es in Mario Odyssey ein solches Killer-Finall-Level gibt. Ich meine, ich zocke das hier überhaupt auch alles zum ersten Mal durch. Aber auch Mario Galaxy 2 habe ich ja lange, sage ich mal, nicht zu Ende gespielt. Bevor ich es halt im Let's Play und im Livestream dann abgeschlossen habe. Ich habe das Spiel ja zwar relativ bei Release gekauft und nie durchgespielt halt. Aber ja trotzdem gewusst, ja, es gibt dieses eine Level hier. Bei Mario Odyssey ist das nicht so. Da habe ich es nicht gewusst, dass es dieses Level hier gibt. Und jetzt bevor ich mein playthrough angefangen habe. Mann, das regt mich immer so auf, dass er nicht rüberkommt mit diesem Scheiß. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Lost Run ist, aber ich probiere es mal noch einmal. Ich verstehe nicht, was mit diesen Loverballen ist. Irgendwas kann ich damit nicht. Dass ich diesen Anschwung, Anlauf nicht bekomme. Ich... Okay, ich habe... Nein! Aus Versehen die Kamera mit L gedrückt. Und da war alles vorbei. Okay, nochmal. Oh, das ist doch... Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön, dass es nicht klappt. Ich habe es mittlerweile auch aufgegeben, die Kamera zu versuchen, irgendwie zu lenken. Dass ich dann doch mal was sehen darf. Ich versuche das jetzt komplett blind hier einfach die ganze Zeit zu machen. Hallo, Stevie. Boy. Bitte nicht. Ja, und das ist genau so eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass das die Intention ist. Ich glaube, Miyamoto und die bösen Jungs, die wollen eigentlich, dass man hier stirbt, weil man die ganze Zeit beim Springen gegen diese Metallstacheln knallt. Ich hingegen schaffe es überhaupt nicht, von Loch zu Loch zu springen und hänge mich einfach da auf. So, was hat mich jetzt getroffen? War das einer von denen? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Hat Mario wieder gecancelt, dass er in das Loch gefallen ist? Und ich habe Lava berührt, als Mario nicht Lava-Blobform. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe nichts, weil die Kamera ja ungefähr so ist. Und ich so nach oben muss. Ja, hier. Mach. Mach. Okay, warte. So. So. Siehst du alles? Okay, perfekt. Mach. Mach. Okay. So fühlt sich das alles an. Wenn es ein oder zwei freundliche Gesetze, freundliche Gesetze, Checkpoints gäbe, wäre alles halb so wild. Anders. So wie das Level aufgebaut ist. Das kannst du dir denken. Was sich kurz vor Schluss noch erwartet. Na toll. Also im Klartext, wir sind nicht mal in der Nähe davon, hier durch zu sein. Wir schaffen die Anfangsstelle nicht mal. Es ist halt wirklich mies. So. Leider mache ich nicht große Fortschritte hier. Ähm. Im Klartext. Ich schaffe den Anfang nicht. Und komme nicht mal an die Stellen hin, wo es fies wird. Okay. Ich glaube, der Drache war Halbzeit. Der Drache ist wieder da? Oh Gott. So. Was ist mit diesem scheiß Segment hier? Das ist, glaube ich, echt das Schlimmste hier für mich. Ich habe sogar versucht zu... Was ist denn... Okay. Guck mal, es geht mir gerade ums Prinzip. Achso, der Drache, mit dem ich fliegen kann. Okay. Ich dachte, der Drache, den wir bekämpft haben. Die fliegende Echse. Die fliegende Echse, okay. Ich dachte, wir reden über diesen richtigen Drachen. So, aber ich verstehe diese Stelle nicht. Deswegen rege ich mich jetzt schon auf. So, weil Mario Lava-Blob überhaupt nicht das macht, was ich will. Er knallt nur gegen die Dinger. Er cancelt, dass er Lava ist und fällt sofort in die Lava-Lava als Menschen-Mario. Nimmt dann noch eins Schaden. Und manchmal schaffe ich es dann nicht mehr raus und bin instant tot. Bevor ich überhaupt mal versuchen konnte, darüber zu springen. Und das ist total traurig. Das hier. Ich verstehe es nicht. Muss ich... Ja, aber wenn ich schüttel, wird es nicht besser. Okay. Ist mir egal, dass ich Schaden nehme. Ich will nur sicherer durchkommen. Leider hat es mal wieder nicht funktioniert. Leider hat er beim letzten, beim allerletzten Ding sich jetzt gedacht, nee, ich mache jetzt wieder einen Scheißsprung. Und kennst du jetzt deinen kompletten Fortschritt hier. Und ja, gerne nochmal von vorne. Warum auch nicht? Ich sehe nicht, dass das hier irgendwie noch was wird. Ich sehe nicht, dass das hier irgendwie noch was wird. Was, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht... Guck mal. Wir fangen ja nicht mal mit dem Level an. Das ist das, was mich gerade aufregt. Wir fangen nicht mal an mit diesem letzten Superlevel hier. Wir sind die ganze Zeit ja an irgendeiner Scheißstelle hängen geblieben, wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Das ist doch doof. Hier passiert ja nichts. Außer, dass ich jetzt hier sterben werde. Ja. Das ist das, was ich jetzt hier bin. Ach, komm. Besonders ist die Musik, schön. Mir wird jetzt schon warm. Ich dachte, ich hätte genug abgekühlt. Habe ich aber nicht. Ich komme nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Es ist nicht die schwere Stelle. Es ist nicht mal eine schwere Stelle in diesem Level. Also das, woran ich weiterkomme. Aber ich kann es nicht. Absolut nicht. Ich komme hier nicht weiter. Denn Blob Lava Mario lässt sich überhaupt nicht... Also macht überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Gar nicht. Gar nicht. Und jedes Mal spätestens an dem letzten Ding ist es vorbei. Für mich. So, das Zieren ist ja alles easy. So, das ist ein No-Brainer. Sage ich und sterbe jetzt ja auch mal. Okay, doch nicht. Oh, er hängt sich immer auf. Er hängt sich immer wieder auf an irgendeiner Kackstelle. Ich check es nicht. Warum? Ich hätte... Ich habe nämlich Bock. Ich habe nämlich Lust, das Level zu spielen. Ich habe nämlich richtig Lust, das hier zu machen. Und an meine Grenzen zu gehen. Aber das kann es doch nicht sein, dass es hier endet für mich. Das ist so richtig die Aufwärmrunde hier. Und ich komme hier nicht weiter. So, dass ich Schaden nehme. Soll jetzt mal nicht das Schlimmste sein. So, okay. Wir dürfen weiterspielen. Mit der Tomate kann man die Stelle etwas umgehen. Okay, das werde ich mal später probieren. Äh, wo war jetzt hier dieses super coole Secret für mich? Da. Okay, das muss jetzt auch besser laufen. Was ich hier irgendwie vergalkt habe. Aber auch hier habe ich leider ein bisschen Kameraprobleme. Okay, mitschütteln geht das ein bisschen besser. Ah, scheiße. Komm. Komm, bitte. Okay. Die Stelle verstehe ich nicht so ganz. Wie soll ich denen halt alle loswerden? So, ich warte, bis alle unten sind oder so. Von mir aus. Magst du die bunten Eger? Ich finde sie richtig cool. Okay, das war nochmal Glück. Ich habe nämlich richtig, richtig dumm gespielt. So, und was ich eben auch nicht gecheckt habe, ist, dass ich versucht habe mit Yoshi diese Fuzzis zu fressen und dann war es so richtig, ja, haha, du nimmst Schaden. Beim Versuch, die aufzuessen. Warte mal, fängt die Animation von vorne an? Muss ich erstmal abtauen? Keine Ahnung. Oder auch nicht. Ich weiß es ja nicht. So, okay. Hoffentlich läuft das jetzt ein bisschen besser alles. Da kann ich, ja, darauf scheiße ich jetzt auch viel extra Geld sammeln. Wenn ich extra Geld haben will, dann spiele ich Luigi's Super Spaß Modus. So, und ich denke mal, ich werde hier diesmal den Yoshi auch hier schon ditchen. Ja gut, und dann Copyright Claim, immer wenn dieses Lied kommt. Aber was ist hier die große Nummer? Also, dass ich hier rüberspringen muss, ne? Über diese Blöcke. Denk ich mal. So, was hast du mir zu sagen? Äh, wisst ihr das? Er war natürlich im Wüstenland. Er war, glaube ich, nicht im Pilzkönigreich, oder? Was ist die Antwort? Ist Pilzkönigreich die Antwort? Pilzkönigreich ist nicht die Antwort. Warte mal, er war im Pilzkönigreich. Forstland, Küstenland. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Scheiße. Pilzkönigreich sollte doch richtig sein. Echt? Es war doch Pilzkönigreich. Okay. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Küstenland, Wüstenland war auf jeden Fall... Ich komme mich nur noch an Wüstenland erinnern. Küstenland war jetzt... Das Problem, ich habe vergessen, was das Küstenland ist. War Küstenland das Volleyball-Level, oder war das das mit der großen Fischgruppe? So, aber ein extra drei Ding. So, das ist, glaube ich, auch schwierig. Und ich habe das, glaube ich, auch nur irgendwie durch Zufall First Try geschafft. Das Einzige, was einem hier so ein bisschen helfen kann, sind diese Ringe, die so ein bisschen ein Anzeichen geben, wo man hin muss. Tja, schade. Kann ich es resetten? Ich kann es resetten. Das war mit dem Volleyball-Level. Okay, da war der auf jeden Fall. Das ärgert mich jetzt, dass das hier schiefgegangen ist. Ich sage doch, das ist nicht leicht. Das habe ich jetzt eben nur einfach so mal eben... geschafft. Ohne weitere Komplikationen. Aber das war eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Nein! Oh, und dann schaffe ich es nicht mal ohne Schaden hier durch. Oh, ist das traurig. Ey, das ist so traurig. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich wünsche, ich könnte das so wie beim ersten Mal schaffen. Komm schon. Oh, ich bin zu langsam. Okay, ich habe es geschafft. Ich muss gucken, wo es vibriert. Ja, das tue ich. Das tue ich auch. Aber ich habe es trotzdem irgendwie vergeigt. So, und hier habe ich irgendwie den Eindruck, hier muss ich ganz viel Glück haben, dass mich die Dinger nicht erwischen. So, und ihr sagt, das ist ungefähr Mitte. Okay. Oh, shit. Okay, ich muss hier landen oder weiter? Landen oder weiter? Ich glaube, ich skippe hier gerade was. Ich glaube, ich habe hier was geskippt. Aber okay. Aber okay. Denn sich Bowser. Oh, was passiert denn hier denn noch? Okay. Ich denke sogar mehr als die Hälfte. Aber jetzt haben wir ja ein ganz neues Level-Abteil. Plötzlich. Ich verstehe das Konzept. Aber das Problem ist, wenn ich das Ding einmal aktiviere, geht es hier viel zu sehr ab. Jo, ihr könnt doch nicht einfach da spawnen, wo ich hin will. Okay. Alles gut. Ich warte auf meine Plattform. Das ist ein Desaster. Okay. Er hat mich get... Oh, ich habe so sehr versucht, hier nicht getroffen zu werden. Das erinnert mich hier mega, Mario Galaxy. Okay. Ich habe... Ach du Scheiße. Dieser Kackvogel. Okay. Ich habe eins Leben und muss als diesen... dieser super miese... Vogel hier durch. Okay. Bitte. Ende hier. Das war es wirklich. Ey, und was ist da... Ah, da ist noch ein Herz. Okay, schade drum. Ähm, 8-Bit-Abteilung. Eigentlich gibt es ja keine Ausreden, sich treffen zu lassen, ne? Aber... Leider... Eins Leben, ey. Das ist so... Äh... Okay. So rum kann ich das nicht. Verstehe mich... nicht falsch. Weil die Steuerung ändert sich, während ich laufe. Dann ist der... Ich musste zum Beispiel gerade den Unten-Knopf drücken, um nach rechts zu gehen. Und jetzt muss ich wieder den Rechtsknopf drücken. Und gleich, wenn ich da bin, muss ich plötzlich den Oben-Knopf drücken. Und das alles mitten, während das läuft. Ich bin tot. In der 8-Bit-Abteilung. Ich bin tot in der 8-Bit-Abteilung. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber das ist... Ich dachte, okay, 8-Bit. Ich bin der Master darin. In 2D-Passagen bin ich leider nicht. Ich bin leider nicht der Meister hier drin. Weil, ähm... Wenn es die ganze Zeit rauf und runter geht und die Steuerung komplett ihren eigenen Weg geht, dann, äh, kann ich es eh knicken. Schade. Weißt du, was das echt das Mieseste jetzt an der ganzen Sache ist? Dass ich jetzt wieder dieses Lava-Ding machen muss. Das ist wirklich das, woran ich gerade am meisten denke. Ich muss jetzt wieder diese Lava-Blob-Stelle irgendwie von vorne machen. Alles andere ist mir schon fast egal. aber Lava. Aber ich werde es, glaube ich, gleich mit dieser Tomate probieren, wie ihr mir gesagt habt. So. Tomate. Sag mal Tomate. Oh, es hat funktioniert. Aber ich glaube nämlich nicht, dass ich die Stelle skippen kann. Ne, das reicht nämlich nicht. Das ist das Ding. Das reicht nicht. Oder es hat nur wieder jetzt nicht funktioniert, weil die Steuerung wieder, ne, also... Scheiße. Oh Gott, ey. Ich versuche hier gerade etwas schweres zu machen und laufe einfach selber in die Lava rein. Ne, ich glaube nicht, dass es mit der Tomate funktioniert. Oder eigentlich geht es schon, aber wenn ich das mache, geht es nicht, weil der nicht so weit springt, wenn ich es gerade brauche. Ich weiß es nicht, aber... ... ... Das ist leider nicht die Lösung. Jedenfalls nicht für mich funktioniert das. Cool. Ja, gerne nehme ich Schaden und cancel, dass ich Lava bin. Dieses... Darf ich denn... Ach, nur dieses Abteil überspringen? Nur dieses. Alles andere mache ich auch. Von mir aus Kaiser Mario noch dazu, aber nicht dieses Lava-Ding. Wirklich, es ist... Da endet mein Run immer. Jedes Mal. Ich kann nur das nicht. Alles andere kriege ich bestimmt mit mehreren Versuchungen. Und ich finde, ich habe mich auch überall anders nicht mal so schlecht angestellt eigentlich. Bis jetzt jedenfalls. Aber dieses mit Lava da rüberspringen, nicht mal im... Äh... Keine Chance. Ja. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Okay. Ja. Ach. Okay, ich weiß nicht, was hier schiefgegangen ist. Aber irgendwie habe ich mit der Mütze das Gitter berührt. Und jetzt schon zwei Leben verloren, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, mit Schütteln, das bringt mir an der Stelle ja nichts, weil... Dann passiert das hier! Mann, okay. Nie wieder schütteln an der Stelle. Das war nur ein kurzes Experiment. Sofort nimmt man Schaden. Nur weil man was ausprobiert hat. Sofort. Schaden. Sterben. Von vorne. Weil ich mal gucken wollte, ob man irgendwie mehr Boost bekommt, wenn man schüttelt. Aber stattdessen nimmt Mario Instant Schaden, wenn er das macht. Das ist der hohe Preis, den man fürs Austesten zahlen muss. So. Und fertig. Wir können es von vorne probieren. Das war mal wieder ein guter Versuch, wie sonst auch. Äh, ja. Aber liegt es irgendwie an mir? Bin ich derjenige? Oder haben alle Leute Probleme mit... Also ganz besonders Probleme mit der Lavastelle? Oder bin irgendwie ich das, der damit nicht zurechtkommt? Und alle anderen machen das irgendwie. Mann. Das ist jetzt auch neu, dass ich jetzt hier auf einmal Schaden nehme, weil ich mich zweimal drehen will, aber Mario dreht sich nur einmal. Da versuche ich mich zurückzuretten, aber er lässt sich nicht zurückretten. Ich meine, das ist ja eben nicht schlimm, weil hier kriege ich das Leben ja eh wieder. wenn ich nicht noch mehr versuche. Ich glaube, jeder hat irgendeine Schwäche und da hin ist die Lava. Warum schaffe ich denn nicht wenigstens, wenn ich schon nicht rüberkomme, warum muss es denn auch jedes Mal so blöd laufen, dass ich auch garantiert mindestens eins Schaden nehme davon. Wenn nicht sogar schon zwei Schaden. Wieso kann ich einfach mal überhaupt einfach einen Sprung daneben gehen? Okay, versuch's nochmal. Nein, sofort muss es bestraft und sanktioniert werden. Es ist so hoffnungslos. Leider ist es so hoffnungslos, dass ich hier weiterkomme. Das ist so kacke. Das restliche Level ist nicht mehr so schwer. Das ist dieses Lava-Ding, was ich einfach nicht hinbekomme. Einfach egal, wie sehr ich mich hier anstrenge. Ich kann es nicht. Boah, ich verstehe es nicht. Warum das? Warum das? Warum eines der einfachen Sachen? Warum ist es das, was irgendwie nicht funktioniert? Wir versuchen es die ganze Zeit. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Es hat jetzt dreimal funktioniert von 20 Versuchen oder sowas. Das ist eine echt miese Quote. Und jedes Mal von vorne muss ich dann diesen scheiß Weg dann wieder dahin laufen. Nur um überhaupt mal mit dem Level anzufangen, muss ich ja mit dem Lava-Ding durchkommen. Okay, ich kann auf einmal auch das nicht mehr. Was ich eben komplett fehlerfrei gemacht habe. Zurück nochmal. Das war zu früh. Bei wenigstens erhalten ich minimal mehr Geld, als ich verliegte pro Versuch. Also von vorher. Kommen wir da vielleicht in so einem Skelettanzug auch ein bisschen, ja? Kannst du noch nicht WHOS 청b région? actually. guy so viel Geld mehrprache. Mal Aww. Ich bin jetzt lessons. Ich bin ja. Ich bin jetzt gesund, Ich bin nicht zulze. Ich bin ja nicht m****. Bitte nicht canceln. Okay, er hat es immerhin nicht gecancelt. Das ist gut. Ich habe eine... Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war. Ich glaube, ich habe eine neue Strategie entwickelt, mit der ich es besser hinbekomme. Wenn es so läuft, wie ich mir es vorstelle. Die Sache ist ja, dass ich in dem Lava-Ding immer vorher irgendwie Anlauf nehmen muss, bevor ich springe. Und vorher bin ich immer so im Kreis geschwommen, um diesen Anlauf zu sammeln. Und jetzt gehe ich aber stattdessen an genau den anderen Eckpunkt. Was hier lustig ist, weil es ein Kreis ist. Und springen von da los. Und das hat jetzt irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Vielleicht ist das ja der Trick. Okay. Bitte nicht runterfallen. Ja, perfekt, ey. Komm schon, geht da hoch. Okay, ist noch nichts verloren. Die dürfen jetzt nur nicht da oben spawnen, wieder. Aber das verstehe ich alles nicht. Warum habe ich hier... Ich habe hier gar keine Kontrolle über Mario manchmal. Okay, das hat funktioniert. Ja, jetzt kommt der... Das ist blöd, die Stadt, weil man hier die ganze Zeit warten muss. Das addiert irgendwie gar nichts zum Spiel dazu. Es macht einfach nur... Ja, haha, warte jetzt hier. Zehn, wohl 15 Sekunden. Und das war's dann auch. So. So. Komm her. Okay, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Aber was soll's. Aber wenn wir es bis zur Sphinx schaffen und mit dem reden können, dann ist ja eh alles gut. Und das ist auch wichtig. Also ich muss mit dem reden. Und wieder Copyright-Claim-Musik. Oh, die Stelle verstehe ich nicht so ganz. Da ist auch ein Herz da oben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will mehr von mir, was ich hier irgendwie mache, als das, was ich mache. Ich laufe hier einfach nur durch. Und dann ist die Stelle auch schon fertig. Ah, wie nett. Okay, ganz ehrlich, ich dachte, ich müsste jetzt jedes Mal Quist-Time mit dem spielen. Ich dachte, ich sag, okay, und vielleicht immer Pilzkönigreich wählen. Wenn ich Pech habe, sind es verschiedene Fragen, die kommen. Aber das macht es ein bisschen netter. Alles. Auf jeden Fall. Danke dafür. So. Jetzt haben wir wieder die Sparstelle. Eigentlich mag ich diese Passage sogar. Irgendwie, finde ich, macht das Spaß hier. Aber es ist auch echt tricky manchmal. Weil ich finde besonders, wenn man schon einmal... Okay, ich bin auszusehen nicht gesprungen. Besonders, wenn man manchmal die Münzkreise schon gesammelt hat und dann runterfällt und dann nicht mehr weiß, wo man hin muss. Dann hat man ein Problem. Die Stelle ist nur auswendig lernen. Ja, eigentlich, guck mal, eigentlich kann ich das. Das ist das Ding. Ich kann eigentlich das meiste. Außer das hier. Das kriege ich auch nicht immer fehlerfrei hin. Eigentlich müsste ich das hier auch mal lernen, besser zu spielen. Da. Ich kriege den nicht immer gedodgt. Weil ich aber jetzt wieder versuchen werde, diese Stelle zu skippen, die danach kommt. Das hat eben auch gut geklappt. Genau. Ich kann das hier skippen, was auch immer ich hier machen muss. Ich glaube, das ist auch okay, wenn ich das mache. So. Wieder hier. Ich kann ja versuchen, diese Typen zu besiegen, ohne das zu aktivieren. Jedenfalls, solange es gut geht. Weil, erst wenn sich das einmal aktiviert, rastet das ganze Level hier aus. Oh, ich habe es aktiviert. Scheiße. Mein Fehler. Ja, jetzt ist es unumgänglich irgendwie. Darf ich das mal an, was hier abgeht? Es war die Framerate. Weiß ich nicht mehr weiter. Was ist mit dieser Kamera los? Hallo, Hilfe. Die hat sich komplett von selber irgendwo hingedreht. Ja, sehr schade. Lass mich hier nur raus. Okay, immerhin noch drei leben. Ich glaube, eben stand man doch etwas schlechter da. Das habe ich erstaunlicherweise auch first try geschafft. was gar nicht mal so selbstverständlich ist. Lass mich das mal nochmal von vorne machen hier. Oh, oh. Okay, schön, dass ich noch drei Leben übrig habe. Jetzt können wir noch 20 mal mehr Lava Level spielen. Ich hätte mein dummes Maul halten sollen, wirklich. Hey, das ist aber auch komisch, dass ich das mit dem Vogel wo ich sonst immer im gesamten Spielverlauf immer Schwierigkeiten mit dem Vogel habe, dass ich die Stelle beim ersten Mal geschafft habe. Es ist doch klar, dass das nicht nochmal funktioniert. Deine düstere Andeutung bezog sich auf diesen Vogel. Jetzt hat man es ja gesehen. Jetzt hat man es ja wirklich gesehen. Ist doch wirklich mehr als logisch, dass es nicht nochmal klappt. Und schön, dass ich mit drei Leben noch da angekommen bin. Ja, das ist nett. Schön mit den drei Leben, die kannst du ja mal tief, schön in dein Rektum schieben. Bringt nämlich nichts. Ja, an dieser Stelle. Weil, anders als die meisten anderen Stellen in diesem Level, kriegen wir nicht einfach ein Herzen abgezogen für Fehlschläge, sondern sind instant tot. Egal, ob wir hier mit eins leben oder mit sechs Leben durchkommen. Tod. An der Vogelstelle. Okay. Okay. Ich werde Schaden nehmen, aber wenn ich das überlebe, ist es okay. Ich glaube, ich habe es jetzt zumindest etwas besser drauf, wenn ich das jetzt so weitermache. Diese Stelle jedenfalls. Okay. 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 Okay, dann gehen wir mal. Machen wir mal. Das ist jetzt eigentlich hier auch nicht so schwer. Das ist eigentlich alles okay. Ich glaube, okay, frag nicht, warum ich das jetzt so gemacht habe. Das war das Lübste, was ich hätte machen können. Aber an sich sind die meisten Passagen auch gar nicht mal so schwer in diesem Level. Das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von vielen Sachen. Was das so schwer macht, ist, dass es keinen Checkpoint gibt. Das ist der ganze Trick. So, hier nehme ich mal das Herz. Da habe ich ja eh ganz viel Zeit. So. die Stellen, die wirklich meiner Meinung nach schwer sind in diesem Level sind, die kommen später erst. Also klar, reden wir nicht über das Lava-Ding. Ich glaube, das Lava-Ding ist eigentlich nicht schwer. Ich bin einfach nur zu doof, das richtig zu machen. Wieso verfolgen die mich jetzt nicht, die einen? Ich glaube, das, was schwer ist, fängt erst in dieser Höhle an, wo man mit der Röhre reingeht. Ich glaube, da fängt es wirklich erst an, schwer zu werden. Das hier, das sind eigentlich nicht so schwere Sachen. Also auch gerade darauf bezogen, dass man das nicht alles fehlerfrei machen muss. Anscheinend gibt es hier jetzt nämlich nicht noch eine Zusatzmission danach, wo man das ohne Schaden schaffen muss. Oh Gott, komm, beweg dich. Egal, nicht schlimm, nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Also hier ist es noch nicht so schlimm, Schaden zu nehmen, denke ich mal. Also ich darf jetzt natürlich nicht noch mehr Schaden nehmen. Aber sobald ich dann das 6er Herz bekomme, dann kommt es wieder darauf an, dass ich möglichst viel Leben behalte. Was aber auch egal ist, wenn man diese Vogelmission macht und dann runterfällt, weil dann ist es alles wie in der Toilette runtergespült. Also von daher, ist es dann auch egal, wenn man dann da stirbt. So, ich habe hier ein bisschen Angst, dass ich zu schnell irgendwie bin. Aber guck mal, ich kann hier zum Beispiel diese Dinge aktivieren, da rechts zum Beispiel, den. Und dann machen die ja auch diese Laser, wie auch später, in der Höhle dann. Aber ich sehe nicht den Grund, warum ich das tun sollte. Ich sehe da überhaupt keinen Gewinn, den ich dadurch kriege. okay. Also ich bin wirklich froh, dass es keine extra Mission gibt und jetzt fehlerfrei, Risiko Komet, dass das schön Mario Galaxy exklusiv bleibt, der ganze Bums. Denn sonst hätte ich ja keine Chance. ich finde, das geht in Mario Galaxy oder eher in Mario Odyssey auch schneller, mal eben Schaden zu nehmen. So, eigentlich ist das ja auch nicht wirklich schwer, diese Stelle. Leider habe ich das hier noch nicht so komplett fehlerfrei hinbekommen, ohne mich von einem dieser Dinger treffen zu lassen. Oft habe ich den Eindruck, es ist, ich sehe die zu spät. Wenn ich sehe, oh, der ist jetzt in meiner Nähe, boom, dann bin ich schon drin. Das geht sehr schnell. Aber man muss ja die ganze Zeit schütteln. Muss man wahrscheinlich nicht, aber dadurch schaffe ich es, die nächste Stelle zu skippen hier. Ich hoffe, ihr seid da nicht je gehummelt, weil ich das hier einfach ganz frech überspringe. aber ich nutze einfach mal die Gelegenheit, dass ich das hier hinbekomme. Und tschüss. So, ich meine immerhin, ich bin jetzt hier mit sechs Leben, im Moment. Wo ist denn, okay, ganz ehrlich, ich habe die Plattform nicht gesehen. So. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn auch so gemacht, die geht. Und, er macht das mit Delay. Das ist frech. Okay, ich bin nicht daneben gesprungen, das ist schon mal gut. Mit Delay schießt er dann noch. Und ich denke so, ja, jetzt schießt er, ich muss springen. Und der macht so, haha, ich habe eine Sekunde extra gewartet, um dir noch mal extra Schaden zu machen. Ja, hier kann ich nicht dodgen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich hier allem dodgen soll. Oh Gott, das ist ein einziger Albtraum. Okay. Ja, schade. Ich bin mit sechs Leben hier reingekommen. Überlegt euch das mal. Ich wusste gleich, dass man das skippen kann. Ja, guck mal, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Oh, ich halte mich noch. Warum passiert das? Ja, gerne, 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 gerne spiele ich das nochmal von vorne. Weil diese Kackvogelstelle nur ein einziges Mal im gesamten Leben funktioniert und danach nie wieder. Es funktioniert nicht, okay? Es ist die Lavastelle 2.0. Nur in noch ungerechter. Das war Dark Souls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dark Souls so arschig ist, wie Mario durchsehen. Ja, ja, ich weiß schon, was sie alle sagen. Boah, aber diese Vogelstelle, ja, schau, da endet es, da endet es, wirklich. Also bis dahin geht es. Das mies ist, anscheinend habe ich ja bewiesen, dass man weiterkommen kann, aber ich kann es mir halt selber nicht beweisen, indem ich es nochmal mache. Also endet es jetzt doch auf einmal. Okay, ich verstehe nicht, warum er nicht gesprungen ist. Komm schon. Ja, es ist wirklich schade mit dem Vogel, die Stelle, weil schon in dem Level, wo er überhaupt an sich vorkam, oder in den Leveln, ich weiß schon gar nicht mehr, war es immer ein Riesenproblem, dass das Ding so macht, wie ich es mir wünsche. Da nehme ich Dickschaden. Ich bin zumindest auf dem aktuellen Stand besser geworden in der Lavastelle. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Anscheinend habe ich wirklich geschafft, ein bisschen was dazu zu lernen. Aber sowas hier ist jetzt nicht mal so schwer eigentlich. Also gut, manchmal macht er die Sprünge irgendwie nicht, die ich haben will, aber es geht ja. Es ist halt echt nur eine Aneinanderreihung von ganz vielen Sachen, die alle nicht so schwer sind. bis es halt in die Höhle geht. Oh. Tja, sage ich und kacke trotzdem doch ab. Naja. Gucken. Jetzt haben wir noch nichts verloren. Oh, hi. Ja, und ich nehme Druck zum Schaden. Ja, das ist genau das, was wir beim ersten Mal auch falsch gemacht haben. Also, was heißt falsch gemacht? Wir haben einfach nur Pech. dass wir das jetzt hier wieder an der Wacke haben. Aber spawnen die jetzt da oben nicht mehr? Da unten? Doch. Ah, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst dann. Hätte die erst hier hingelockt und in der Zeit schon mal das Herz geholt. Jetzt müssen wir hier nochmal warten. Ja, ja, ja. Oh, zu früh. Gut. Okay, aber wir verdienen sogar Münzen. Wir sind jetzt sogar fast auf 5000. Das ist total witzig irgendwie. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Einfach vorbei hier. Ich habe gar nicht die Geduld hier zu warten. Hier ist es echt nicht wichtig, ob ich Schaden nehme. Sofern ich jetzt nicht überall hier Schaden hintereinander nehme. Weil gleich kriege ich das 6er Herzcontainer und dann ist es eh alles weg. So. Und streng genommen, wenn ich dann wieder Vogel bin und dann runterfalle, dann ist es auch wieder scheißegal. Weil dann ist es egal, wie viel Leben man hat. Man fällt runter, man stirbt. Und hier ist auch viel Warten einfach angesagt. So. Am besten sollte ich eigentlich immer über diese Stellen drüber reden, um die Chance zu verringern, dass man hier Copyright claimt wird. Weil genau dann, wenn man redet, glaube ich, ist das weniger so. Wenn ich hier schweige, schon. Aber ich kann ja nicht jedes Mal an der Stelle schweigen. Und wenn es nur einmal nicht passiert ist, dann gehört das Video jetzt eh schon Latin Auton Prev. Und dann können die keine Ahnung, was mit meinem Video dann machen. Nur weil die sich einfach die Lizenzrechte an Nintendo Musik nehmen, was garantiert nicht richtig sein kann. Also ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, welches shady Business das macht. Und wie man das macht, dass man einfach Nintendo Musik auf sich selbst anmeldet und damit noch durchkommt. Ich habe es wie gesagt einmal versucht anzufechten, das war eine Katastrophe. Dadurch hat sich das ganze Ding verbuggt einfach nur. Es hat sich halt wirklich verbuggt, was für ein YouTube Support das mal ist. Ähm. Okay. Und los geht's. Wie die Ringe sagen, wo man hin muss. Das war bestimmt eine Firma in einem Land, wo niemand kennt. Also steht hier Latin. Also denke ich immer an Südamerika oder Lateinamerika generell. Ob das so ist, das muss ja nicht stimmen. Aber ja, ach scheiße, ey. Ja, nämlich. Aber ja, das hätte man auch sicherlich verhindern können. Okay, weiter. Du gehst... Er hat mich erwischt! Warte! Nein! Der hat mich nicht mal berührt. Ja, okay. Ärgerlich. Aber jetzt haben wir nur vier Leben. Also meiner Meinung nach gut. Der erste hat mich dick erwischt. Keine Frage. Der zweite eigentlich nicht so. Aber das Spiel sagt einfach nö. Er hat dich fast an deinem Flügel getroffen. Du nimmst jetzt den Schaden. Ah, Mann! Direkt schon aktiviert, ey. Was ist denn das? Direkt aktiviert. Okay. Das hier ist eine richtige Scheißstelle irgendwie. Okay, es hat aufgehört. Fürs erste jedenfalls. Okay. Ist ein bisschen viel geworden. Die sind wieder aktiviert. Leider. Wenn das unter den Tunnel geht, dann sehe ich überhaupt nichts. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass... Oh Gott! dass die Kameraeinstellung helfen kann. Nicht muss. Na ja, jetzt sind wir wieder auf zwei Leben. Wie gesagt, kann ja eh irrelevant sein, falls das hier mit dem Vogel wieder nichts wird. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Das machen wir nochmal neu. Aber ich habe so... Guck mal, ich habe am ersten schon Probleme. Oh. Nein, nein, nein. Nicht loslassen. Okay. Okay. Okay, ich bin drauf. Okay, ich bin drauf. Diese 8-Bit-Stelle ist echt scheiße. Ich dachte, 8-Bit easy. Aber glaub mir, glaub mir, glaub mir, wenn es die ganze Zeit von oben und nach unten geht. Jetzt zum Beispiel muss ich nach rechts drücken. Nicht nach unten. Da. Äh, nee, nach links. Ich habe jetzt nach links gedrückt und bin runter. Ich muss nach rechts. Nee, ich muss nach unten drücken. Genau. Während ich hier bin, irgendwann ist... Seht ihr das? Er fängt an sich von selbst zu ducken. Ganz komische Sache. Okay, was mache ich, wenn ihr drei... Er ist nicht gesprungen. Er ist zu spät gesprungen. Es ist mein Ernst. Es ist wirklich mein Ernst. Er ist von selbst zu spät losgesprungen. Und ich bin tot. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Warte mal. Erstmal. Erstmal nicht nur diese ganze Gravitationskacke, dass er hier so macht. Und dann musst du nach links drücken, um nach unten zu gehen. Und dann musst du, während das nach unten geht, wieder nach oben drücken. Nein, er springt sogar nicht mal. Wollte man nur nicht sagen, dass ich das, was wirklich einfach sein sollte. Und das ist eine 8-Bit-Stelle, welche zweidimensional ist. Dass ich das nicht kann. Also, dass ich da katastrophal abschneide. Das liegt... Ich sage es euch. Ihr könnt es mir glauben oder nicht. Das lag am Spiel. Das lag wirklich am Spiel. Dass er dort ganz, 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 ganz schlimm mit der Steuerung auf einmal wird. Und nichts von dem macht, was man haben will. Wirklich jetzt. Da wird es komplett... Da setzt wirklich der Verstand aus. Nicht mein Verstand. Das Spielsverstand. Das wird echt übel da. Ich sage es euch. Oh Gott, wieso? Komm schon. Das kann ich, das kann ich doch. Warum bin ich jetzt hier am abkacken? Komm schon. Er hat keinen Longjob gemacht. Er hat gerade drei Sachen hintereinander nicht gemacht. Jetzt frage ich mich wirklich, ob es an der 8-Bit-Stelle lag. Oder ob das generell ja irgendwie überhaupt nicht mehr das macht, was ich hier an Inputs dazu füge. So. So. Aber ärgerlich. Was war denn... Oh Gott, ey. Okay, ich probiere es. Zwei Leben. Ah, was war denn das gerade? Bei dieser... Das ist halt ein... Das ist halt anscheinend ein Donkey Kong. Ich lebe noch, vielen Dank. Das ist halt irgendwie ein Donkey Kong und dann ist irgendwie vorbei. Weil ich komme nicht weiter, weil Mario läuft nicht einfach geradeaus und weiter. Und vor allem, er springt ja nicht. Er springt auf einmal nicht. Er springt... Kein Scheiß. Ich habe auf springen gedrückt. Er ist nicht gesprungen. Er ist einfach in diese drei Fässer reingelaufen. Und danach, ohne dass ich danach gedrückt habe, hat er den Sprung-Input gemacht. Das ist nicht okay. Er hat von... Irgendwann von... Gerne mache ich das von vorne, obwohl ich es schon geschafft habe. Gerne spiele ich das nochmal, obwohl ich diesmal diese scheiß Lava-Stelle geschafft habe. Ich will nicht grünbar sein. Scheiße, mir ist zu warm geworden. Ich habe befürchtet, dass es passiert. Ich habe gehofft, es würde nicht passieren. Aber es wird mir... Mir wird zu warm hier drin. Dadurch, dass ich die Fenster jetzt geschlossen habe, kommt hier mega Hitze rein. Das ist nicht schön gerade. Das ist sehr unangenehm für mich gerade hier. Mir ist super heiß gerade. Und wenn ich ein Fenster öffne, dann... Tschau. Dann hört man... Dann hört ihr mich nicht mal mehr, obwohl ich am Mikrofon sitze. Dann hört ihr nur noch Autos und Krankenwägen und alles. Irgendwelche Hunde und Kinder und Hühner. Ja, kein Scheiß. Ich wohne mitten an einer Hauptstraße und trotzdem Hühner. Ich wohne nicht mal auf dem Dorf. Irgendein Typ war jetzt lustig irgendwann im Laufe des Jahres und hat sich einen scheiß Hahn gekauft. Und seitdem hat sich das mein ganzes Leben qualitativ verschlechtert hier gefühlt. Aber es ist echt das Blöde. Ich kann hier kein Fenster öffnen. Es bellt gerade ein Hund. Das ist nicht mal ausgedacht. Es bellt jetzt gerade in der Sekunde ein Hund. So. Jetzt bloß keinen Scheiß mehr hier machen. Ich bin nicht in die Kanone gekommen, dann habe ich auf Canceln gedrückt aus Versehen oder so. Ich weiß es nicht. Und schon war das Ding verloren. Okay, warte mal. Warum spawnen jetzt so schnell? Okay, was soll's. Okay. Mist. Kommt bei dich so. Okay, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, warum der vom zweiten nicht hochkommt. Aber es ist egal. Mach einen Popschutz an und das Mikrofon wird. Keine Popmusik aufgenommen wird, die jemand draußen wird. Bro. Dafür würde ich auch Copyright Claimed bekommen. Und ich habe ja gehört, gerade ist diese Twitch-Policy ja ganz schlimm. Also wirklich schlimm, wenn man irgendwie Musik laufen lässt oder sowas. Dass man dann schon Instant-Permaband und sowas kriegen kann davon. Also habe ich gehört. Weil Twitch irgendwie selber gerade Probleme hat mit deren Rechtssystem. Weil die ja selber irgendwas aufgedrückt bekommen haben. Irgendwie vom Gesetzgeber aus den USA natürlich. Und so richtig, ja, wenn ihr Musik laufen lasst, dann macht ihr euch hier strafbar. Und die sind dann so, ja, okay, Leute, ihr habt's gehört, ne. Also wenn ihr Musik laufen lasst, dann ist euer Kanal weg. Ciao, danke fürs Teil den beiden Twitch-TV. So, ich bin ja zum Glück sowieso niemand, der Musik laufen lässt. Ich meine, hätte man vielleicht... Ich meine, 2013 Streams habe ich auch Musik laufen lassen. Aber das war damals. Das geht heutzutage halt nicht mehr. Sonst, wer weiß, ob ich das noch machen würde. Aber ich habe halt mitbekommen, wie die Leute sich die E3 angeguckt haben. Und da läuft die ganze Zeit irgendwelche Musik, die copyrighted ist. Die Leute mussten sich die ganze Zeit in die Hosen scheißen. Während die die E3-Vorstellung gucken, dass ihre Kanäle gebannt werden. Das ist irgendwie voll daneben. Wenn man es mal so sieht. So, keine Ahnung, ob die da noch was ändern. Oder ob das jetzt der Weg der Dinge ist. Versuche mal, das Herz auf den Turm zu kriegen. Danke, aber ich glaube, ich verzichte irgendwie noch irgendwas, was ich nicht machen muss, zusätzlich zu machen. Ähm. Ne, ich lasse es. Ich lasse es. Gut. Das war jetzt so gut. Also eigentlich, streng genommen kann ich das bisher. Also. Ich weiß, das soll das super finale Challenge-Level sein, aber da, wo die Röhre gleich beginnt, da ein Checkpoint hinzusetzen, hätte ich für angebracht gehalten. Weil ich habe jetzt mehrmals bewiesen, dass ich bis dahin wunderbar hinbekomme. Sogar teilweise auch mit sechs Herzen hinkomme. Mal gucken, ob ich es jetzt wieder schaffe, aber, ne? Hast du eigentlich mal Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt? Nein, nie. Ich war immer richtig Anti-Yu-Gi-Oh! schon von Kind of. Ich weiß, ich mache mir ja keine beliebte Meinung damit, aber... Also, ich war halt ein Pokémon-Karten-Fanboy. Ähm. Deswegen. Ich war voll gegen Digimon. Äh, Digimon. Ja, ich meine eigentlich Yu-Gi-Oh! Aber ich meine aber Digimon auch. Ich fand beides blöd. Ich war so ein Pokémon-Fanboy. Ich fand Yu-Gi-Oh! Und Digimon deswegen kacke. Ich meine, natürlich darf man alles einzeln und individuell auch mögen, aber ich war so richtig als Kind in die Nähe, Alter. Es gibt nur Pokémon, nichts anderes. Pokémon-Karten. Scheiß auf Yu-Gi-Oh!-Karten. Oh, Scheiße! Wenn der einmal aktiviert ist, ist nicht gut. Ich sehe, wenn man an die Stelle kommt, weil nicht das hier Fehlerfreiheit machen kann. Krass. Also es wäre wünschenswert, wenn ich hier nicht sterben würde. Jetzt an dem Vogel. Weil so gut habe ich es noch nicht geschafft bis jetzt, wie ich hier hinzukomme. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es einmal irgendwann schaffe, mit sechs Leben hier anzukommen. Bitte! Bitte! Nein! Tja, das war mein bester Run. Zerstört durch einmal mit Vogel... Eine Vogelstelle. Ich hätte es garantiert durch diese 2D-Section geschafft, weil ich sechs Leben hatte. Ich hätte es garantiert dadurch geschafft. Tja. Und zur nächsten Station geschafft. Aber nein. Nein, nein, nein. Warum mir überhaupt einen Erfolg mal gönnen hier? Du darfst am zweiten Ding nicht so weit links sein. Ja, aber ich habe gar keine Macht mehr darüber. Wenn ich einmal in der Luft bin, dann bin ich halt in der Luft und kann überhaupt froh sein, überhaupt nicht runterzufallen. Aber es passiert halt. Ich kann allerhöchstens beim ersten Ding noch entscheiden. Okay, stehe ich gut oder stehe ich nicht gut, mache ich es von vorne. Beim zweiten ist vorbei. Dann gibt es kein Umentscheiden mehr. Oder noch Einstellungen besser machen. Tja, blöd. Guck mal, man kann sehen, was man machen kann. Also man kann so gut spielen, wie man kann. Wirklich, ich habe das jetzt ein bisschen perfekt gelöst. Oder zumindest so gelöst, dass ich am Ende mit perfektem Leben ankomme. Das ist scheißegal. Wenn man dann einfach die Vogelstelle macht und fertig. Tot. Instant. Ob du jetzt mit sechs Leben kommst. Und so gut habe ich es bis jetzt nicht hinbekommen. So gut werde ich es bestimmt nicht nochmal hinbekommen. Deswegen, das war die ultimative Gelegenheit, dieses Level hier vielleicht sogar zu schaffen. Und das war's. Wir sterben einfach an dieser, wirklich, an dieser Stelle, wo es wirklich wichtig war, einmal nicht zu sterben. Leider doch, du stirbst. Leider doch. Sehr, 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 sehr schade passiert gerade. Was mich hier gerade womöglich wieder um eine Stunde Spielzeit zurückgeworfen hat. Tja. Ich habe es echt nicht gewusst, dass es überhaupt dieses Level hier gibt. Boah, wie habe ich das denn gerade gemacht? Mist. Scheiße, komm. Komm, Plattform, komm. Okay. Danke. Ja. Ja, das geht sonst so bei euch. Ist gerade nicht viel los hier. Nicht viel Neues jedenfalls. Das weh. Ja. Weh. Kann man ja auch mal machen, Geld sammeln. Ja, Mann. Boah, nee, aber es nervt mich gerade, dass ich jetzt immer und immer wieder bis zu dieser Stelle hinspiele und dann wird es ja dann doch wieder nix, ne? Wisst ihr? Weil eigentlich beherrsche ich das. Sogar das Lava-Ding beherrsche ich mittlerweile schon fast. Vorsichtig gesagt. Selbst das Lava-Ding, wo ich eben so Schwierigkeiten hatte, geht jetzt einigermaßen. Aber jetzt endet es danach einfach. Und das Blöde ist, es sind jedes Mal sechs Minuten Spätzeit bis dahin oder so. Um dann einmal enttäuschend runterzufallen. Und das Lustige ist ja, man kann sich ja auch nicht, ich versuche es ja jedes Mal und es gelingt mir nicht, ich versuche mich irgendwie nochmal zu retten. Aus dem Vogelding rauszuspringen, zurück auf die Plattform. Nein, es funktioniert nicht. Da, wo ich bin, stirbt man. Man stirbt. Es gibt keinen Weg zurück, um es nochmal zu probieren. Was komisch ist, weil alle anderen Stellen bis jetzt eigentlich nicht so sind. Selbst hier, wenn ich hier runterfalle, knallte ich einmal in die Lava und kann mich nochmal berappeln und es von vorne probieren. Aber nicht bei der Vogelstelle. Da ist es scheißegal. Das ist ganz schön unfair. Ich glaube, wir können hier probably shutteln. hier ist natürlich auch nicht immer so erfreulich. Was will man machen? Oh Gott. Oh, ich habe aus Wernhalb losgelassen kurz. Boah, ist das ein Krampf in der Hand, den man die ganze Zeit hat. So, die Stelle hier ist... Oh, was? Okay. Das ist schon mal ein Schaden. Okay, wenn man ihn schon so berührt. Wenn man ihn schon so berührt, hat man Schaden genommen. Alles klar, das versuche ich mir zu merken. Weil ich dachte, das ist der Laser, den der hat, der mir den Schaden macht. Aber... Ganz schön dumm, das genau jetzt zu aktivieren. Aber es hat aufgehört. Es hat nicht aufgehört! Scheiße, ich wurde verarscht. Tja, was soll man sagen? Die Stelle hier lief auch schon mal besser. Okay. Und da sind wir wieder. Vogel. Oke. Ahem. Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 ist das? Es ist heiß? Was ist das? Ich weiß das? Was ist 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 das? Das ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? Das 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 ist das? Das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? das? Das ist 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 das? Das? Das ist das? Das? das ist das? 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 das ist das? das ist das? das ist das? das ist? das? das ist das? das? das ist das? 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 das ist das? das ist das? 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 ? 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 Der Pfeil zeigt dir nicht nach oben. Das heißt ich vermute es hinter dem Haus? Oh der ist da in dem Ding drin. Okay. Nett dass ich auf dem Weg noch ein bisschen... Ach ich krieg nur eine extra so Kunde weil ich Münzen gesammelt hab. Der Standard passt halt gut rein in die Story. Ja eben. Ich mag auch die Stimme von dem. Ich meine jede Stimme hat ja nochmal eine eigene Persönlichkeit. Ich wette... Du... Ja normalerweise spielt sie ja auch eher mit der Frau oder? Okay gut dass wir gewonnen haben. Das heißt wir dürfen jetzt ganz viele Runden spielen bis wir hier verkacken. Da lang. Das einzige was ich höchstens ein bisschen verändern will sind die Kleidung dann. Ähm das war falsch. Aber jetzt auch nicht zu fancy. Sie sind einfach so ein Anzug. So ein bisschen ähnlich wie das was du mir grad geschickt hast. Du hast dich selbst erstellt. Was? Eric Mr. Ich erstelle Frauen um denen auf dem Booty zu gucken. Hat sich selber erstellt. Du hast dich auch weiterentwickelt. Während ich kein Tunterhafen mehr feiere. Hast du dich auch weiter verändert. Das ist krass. Äh ist das oben? Der Pfeil zeigt so leicht nach oben ne? Ich weiß es nicht. Ich... Gucken wir mal hier. Entschuldigung. Er scheint irgendwo hier oben zu sein. Ach. Das steht ja auch fett. Wenn ich stehen bleibe dann zeigt er mir die Richtung an. Und der ist da oben. Alles klar. Ich muss hier einen Typen spielen. Nämlich ein Prototype. Warum? Musst du? Für Achievements? Oder was? Bowser Junior hat auch ein Level gemacht. Ist ja krass. Der ist da vorne. Hahaha. Dankeschön. Ey das sind die Besten. Das sind richtig nette Leute. Die die einfach da hinstellen. Einfach so. Hier komm. Du willst ja gar nicht irgendwie versuchen den Obermarker zu machen. Sondern du willst einfach nur Geld verdienen. Weil das halt online spielen die schnellste Methode ist wie man mit Geld kommt. So ist das nun mal. Hier ich mach dir jetzt gar nicht so schwer. Da hast du den Ballon direkt vor der Nase. Und fertig. Das war ein Mistlick. Ist ja wieder. Er ist wieder da dran. Alles klar. Äh. Entschuldigung. Bitte. Geh da rein. Ne. Das ist ein anderes Spiel. Was? Okay. Der ist oben. Okay. Gucken wir uns das mal an. Ne. Da komm ich in der Schlauch hoch. Ziemlich ein Geheimgang nach oben. Da. Und das auch schon. Okay. Cool. 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 Also ich meine dafür dass es gratis dazu reingebaut wurde ist es ein super Minispiel. Wäre es ein DLC wo ich Geld dafür bezahlen müsste wäre ich so ein bisschen. Naja gut das ist jetzt nicht so ganz mein Ding fürchte ich. Aber es ist natürlich eine coole Art Mario Odyssey noch ein bisschen interessant zu gestalten wenn man die Hauptstory halt durchgespielt hat. Dass man. Weil. Pfff. Scheiße. Weil diese ganzen anderen Mario Games sind ja eigentlich fast alle mehr oder weniger mehr oder weniger dann so dass sie uninteressant sind. Ja. Das wird glaube ich der erste den ich nicht kriegen werde weil ich nicht verstehe wie ich da hochkomme. So ich bin einmal im Kreis gelaufen. Traurig genug. Ja okay. Das war die Winning Streak. Schade. Guckt euch diesen Mario an. Tja. Ne ich habe nicht verstanden wie ich da hochkomme. Das ist das blöde. Ich weiß nicht wie das geht. Ich kenne halt die Level nicht so auswendig genug. Anderer Ballon. Dead. Okay dead. Und Luigi der. Ich meine dafür dass er einem die ganze Zeit Geld ab. Merkt ihr die Gemeinsamkeit. Er. Rabt einem Geld ab. Ähm. Ne. Spielt die ganze Zeit. So ein bisschen glücksspielmäßig. Er trägt wieder eine Fliege. Es ist wie dieser Casino Luigi der mit einem pokert. Fast das gleiche. Nur dass es halt diesmal ohne Poker ist. So. Plus er ist wieder an der einen Stelle. Oh fuck er ist nicht da. Er ist nicht da. Oh nein. Okay. 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 Ja gut. Der Zeitbonus ist zwar ein bisschen durchgewurstet. oder wassatz. Es gibt nicht mal einen Zeitbonus. Krass. So deswegen will ich nicht diese krassen Monde spielen. Also die äh ich meine Ballons die so super krass versteckt sind. Klar ich meine die locken dann damit dass man eine nettere Belohnung dafür bekommt. Aber im Endeffekt äh wenn ich gerade noch die leichten gut bekomme dann heißt das ja schon was ne. Was passiert eigentlich wenn ich runterfalle? Ist es dann gecancelt? Habe ich dann verloren? Weil ich suche ja jetzt auch gar nicht die super große Herausforderung. Ich will einfach nur möglichst viel Geld und möglichst wenig Zeit schaffen. Sarno. Oh jetzt einfach hier drauf diesmal. Schön. Irgendwie sind die fast an der gleichen Stelle versteckt. Aber ich finds voll okay. Ich beschwer mich nicht mal. Ich beschwer mich nicht mal. Einfach Geld farm. Farm. Meck. Mom. Und um 110 extra. Und hier nochmal extra. Ich. Den habe ich selber gesetzt. Okay. Ist das irgendwie ich aus der Zukunft oder sowas? Okay. Wo kann mein zukünftiges Ich oder aus der Vergangenheit die ich verdrängt habe einen Ballon verstecken? Ich versuche jetzt gerade so richtig zu denken wie ich denken würde wenn ich irgendwas machen würde. Wow okay ich bin ganz schön doof anscheinend. Ey das bist ja du. Ja man warum bin ich auf dem Kopf? Dummer Typ. Die haben schon. Das bin ja schon wieder ich. Okay. Okay. Ich wollte nur ein bisschen selbstreflektierenden Humor hier anwenden. Okay. Entschuldigung ist der Taxi. Ist der wieder da drin? Nein der ist nicht da dran. Okay lass mich gerade wieder da oder was? Scheiße nein. Tja. Der dumme Typ war mir aber überlegen. Der dumme Typ war mir überlegen und hat den Mond so versteckt dass ich ihn nicht kriegen konnte. Ich glaube ich will langsam die Welt wechseln. So cool finde ich Cityland jetzt auch wieder nicht. Oh ho 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 ho. Ah verlassen. Komm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ho ho. Ich glaube wenn man einen Winning Streak verkackt ist ein super Zeitpunkt um zu wechseln. Geh mal in eine andere Welt. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Wer ist mit Hutland? Mach mal gut. Hutland. Also man verdient schon ordentlich. ich würde mir natürlich wünschen dass ich es es schaffen würde heute noch alle Outfits holen. Aber selbst wenn nicht, was macht es im Endeffekt für einen Unterschied? Das Spiel ist eh zu 100% durch, ob ich jetzt mehr Outfits hab oder nicht. Oh, ich krieg einfach so Münzen, weil... Alles klar, alles klar. Alles klar. Ich geh mal kurz mein Outfit wieder auf. Austauschen. Ich hab gerade irgendwie Lust auf das N64-Paket. Voll cool, man. Irgendwie, dass es das hier gibt. Das erinnere mich irgendwie an die Zeiten, wo ich meinen Smash Brothers Brawl gehackt habe. Wo es halt so Custom Charaktere oder Custom Skins halt gab. Und da hatte ich auch irgendwie so ein paar N64 Mario Skins. Ey, nice. Immer weiter so. Ey, wo hab ich sie jetzt Outfit schon mal gesehen? Ich find das cool, dass Luigi Stellung dazu nimmt. Okay. Ich würd immer erstmal einen Ballon verstecken. So pro Welt. Ich weiß nicht, wie viele ich pro Welt verstecken darf. Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Was ist sie hier überhaupt? Sieht alles gleich aus. Okay. Darf ich nochmal? Darf ich nochmal? Das war voll scheiße irgendwie. Uff, dafür hab ich sogar Geld verloren. Alles klar. Zu blöd. Ich hab erstmal gelesen, du bist zu blöd. Wirklich. Ähm, nein. Okay, nochmal. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so krass, aber ich verstecke mich einfach hier drin. Ist jetzt nicht das ultimative Versteck. Ist ja wohl klar, aber. Mom. Okay, Mom. Auf jeden Fall runter. Lass mich raten, er ist genau da, wo ich ihn gerade versteckt hab. Äh, Hilfe. Warte mal, hallo. Ich hab's kaum gerade auf diese Brücke drauf geschafft. Okay, jetzt kann er hier natürlich überall sein. Lustig, weil eigentlich hab ich erst gedacht, ihn hier zu verstecken. Und dann bin ich nach da hinten zu den Kisten gegangen. Aber das Mom genau das gleiche, wie ich gedacht. Zunächst erstmal jedenfalls. Sean. Okay, Sean. Wo hast du denn? Der ist 32 Meter unter mir. Wie geht denn das? So, wie geht das? Okay. Danke, Sean. Riley. Wer ist dieser Riley, Mann? Oh, der ist da unten. Aber ich hab es eben nicht dahin geschafft. Das verstehe ich nicht. Scheiße. Ich wollte auch meinen da verstecken, aber... Ich konnte es denn nicht. Guten Abend. Feuer. Blast. Ich hab's irgendwie nicht dahin geschafft. Riley war mir da überlegen. Daniel. Okay, Daniel, son. Wo versteckst du deinen Mund, du Zelda-Fanboy? Was ist das Ziel bei dem Ganzen hier? Das wirst du schon sehr schnell selber verstehen. Ich muss hier einfach, was andere Leute irgendwo aus dem Internet hier verstecken, innerhalb der Zeit sammeln. Und das machen wir, um Geld zu bauen. Um uns mehr Kostüme zu kaufen. Und das ist auch das Einzige, was noch ansteht in diesem Spiel. Wie sonst ist das hier eigentlich so weitgehend durchgespielt. Nur noch das nicht. Ah, er liegt hier auf der Brücke. Alles klar. Okay. Sehr gut. Sehr cool. Eigentlich. Caleb. Das sind also die amerikanischen Namen. Okay, das macht schon fast einen Eindruck, als wäre es die Meer. Naja, das ist nicht ganz die gleiche Stelle. Lass mich raten, der hat den da versteckt, wo ich meinen versteckt habe. Nicht ganz. Okay, ich werde kurz stehen bleiben. Für den Fall. Doch, er ist doch genau da, wo ich meinen versteckt habe. Ich habe das nur falsch eingeschätzt. Okay, go. Okay. What's poppin'? Scheiß, muss ich wieder den Sprung schaffen? Wie habt ihr es alle dahingeschafft? Warte mal. Ja, ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ich hätte erst auf das andere Ding raufgemusst. Hier mal hin, danke. Und dann hätte ich mit dem Gumba dahin müssen. Och, Karim! Was für eine nette Abwechslung. Er ist nochmal unter mir? Okay. Da oben. Och, Karim! Okay. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Oh. Der Ninja. Dieser Yannibun. Warte mal. Boah, ich bin eine halbe Stunde gestunt, wenn ich so lande. Ohne vorher eine Stumpfartag zu machen. Okay. Na, jetzt bin ich zu weit entfernt. Warte mal. Wo ist der Star oder so? 13, 12, 13. Na, okay, kommen wir. Zeig mir den Weg. Unter mir? What? Ich habe es verstanden. Oh, gerade noch so. Du hast übrigens mehr Zeit, wenn du Badehosenmage spielst. Ich glaube, wir haben einen Lügner im Chat. Und wer weiß, ob ich den... Äh, ne, 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 ne. Riley, du hast mich eben dick verarscht. Steinmond oder Ballon und was auch immer spiele ich nicht. Aber ich habe mich gerade für ein anderes cooles Outfit entschieden. Weil jetzt, wo ich mal das Spiel durch habe, fange ich dann doch mal langsam an, mehrere Outfits mal auszuprobieren. Okay, jetzt schaffe ich das, den zu capturen und dann mit dem zu reißen. Och, ich weiß nicht immer, ob das schlau ist, aber wir gucken mal. Weil... Die Meteranzahl, die runter geht, die ist nicht so schnell wie die Sekunden. Sind nur auf den Tick über 100 Meter. Na, okay, ich habe es falsch gemacht, glaube ich. Ich habe mich gar keine Ahnung, wo ich hier hin muss, irgendwie. Das war nicht schlau. Ich dachte, er würde ganz woanders sein, der Mond. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin immer so weit weg. Die sind genauso schnell. Wer? Nein, ich will nicht nochmal den gleichen Scheiß sein. Jetzt muss ich den nochmal machen. Okay. Ich habe jetzt bezahlt schon. Könnte ich schaffen. Ich meine, ich weiß jetzt ungefähr, wo ich hin muss auch. Das habe ich eben halt voll verkackt. So, jetzt wird es knapp. Aber geschafft. Nacho, ich kann kein Kerl das Ding ausschlagen, wenn er Nacho heißt. Lass mich raten, er hat jetzt mein Versteck benutzt. Wow, ich bin so originell im Dingsverstecken. Äh, Ballonsverstecken. Das, ja. Ich den gleichen, das gleiche Versteck schon irgendwie selber ein paar Mal entdeckt habe von anderen Leuten. Fang erhöht. Mehr Münzen für meine Tasche. Karim, ja, warum nicht? Warte mal. Wenn Karim noch mehr andere... Warte mal, wie viele pro Welt kannst du verstecken? Oder ist es jetzt der gleiche? Ist der gleiche nochmal? Ne, der ist jetzt woanders. Der ist jetzt woanders. Warte mal, Karim hat mehrere versteckt. Okay, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele man verstecken darf. und wie viele dann, wenn andere die suchen, ich dafür Geld bekomme und sowas. Ey, gerne mehr Karim. Gib mir die Karim-Dinger. Der versteckt die besten Ballons, Mann. Versteckt sie nett und fair. Warte, jetzt ist er doch wieder in der genau gleichen Stelle wie jetzt gerade eben. Okay, ey, ganz ehrlich, von mir aus. Von mir aus. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich überhaupt richtig lande, weil ich nichts sehen konnte unter mir, aber was soll's. Karim-Ballons sind die besten Ballons. Juni. Okay, ich mach noch so lange weiter, bis ich einen, bis mein Winning-Streak down ist. Wie soll man an die Münzen kommen, wenn man, wenn keiner bei diesem Ballonspiel mitmacht? Tja, was ist, wenn du selber gar kein Internet hast? Sagen wir's mal so. Dann darfst du gar nicht beim Ballonspaß spielen. Ist doch bloß, der ist auch nochmal an der gleichen Stelle. Ist nicht an der Stelle. Warte mal, wer ist? Hä, aber der ist nicht weit. Er ist nicht weit. Ach, der ist da noch hinter dem Ding. Okay. Seht ihr, deswegen, Karim war viel netter. Er hat den einfach auf dem Hut versteckt. Nicht dahinter irgendwie. Karim verarscht einen nicht. Karim sagt, hier ist der Ballon. Geh'n, die holen, Mann. Game Over. Okay. Nehmen wir Game Overs. Okay, irgendwie falle ich immer sehr schief hier. Ich falle nicht so gerade, wie ich's gerne hätte. So, wo kann das denn sein? Ich geh' mal die üblichen zwei Verstecke durch. Okay. Und ich dachte, meine Idee, den da zu verstecken, wäre ja originell. Aber jeder dritte versteckt ihn einfach dort. Und die, die da verstecken, die sind auch nicht hoch eingerankt. Ist immer witzig. Das heißt, meine, wird auch nicht hoch eingerankt sein. Baked Potato. Okay. Jetzt könnte es sein, dass der wieder irgendwo Richtung Anfang des Levels ist. Ich probiere es mal. Okay. Da ist er. Gut. Also ich hab gesagt, ich mach, dass hier ein bisschen Winning-Streak um ist, aber gerade läuft's. Sophie. Okay, Sophie. Zeig mir. 156 Meter entfernt, alles klar. Das könnte wieder auf dem Hut sein, oder? Ja. Okay, ich mag's, dass ich verstecke irgendwie. Da geht meine Winning-Streak hin, weil er, warum hat er den Hut nicht mehr gezogen, als ich runtergesprungen bin? Ich bin einfach wie ein Stein runtergefallen. Hallo und guten Abend. ist sich nicht ein. Den hole ich mir aber trotzdem noch. Ey, der war geschenkt. Der war geschenkt. Das ist doch kacke, Mann. Ach, kacke. Okay, komm schon. Ach, Mann. Gib her. Traurig, dass dadurch die Winning-Streak jetzt weg ist. Okay, ich bin hier durch. Äh, verlassen. Okay, nehmen wir uns die nächste Welt. Welche Welt sollen wir spielen? Wüste? Ich glaube, ich habe Bock auf Wüste. Warte, das geht ja nicht zur Wüste. Oh, okay, was passiert, wenn jemand einen Ballon bekommen hat? Kriege ich dann kein Geld mehr dafür, oder? Oder wie läuft das dann? Ich habe das ganze System noch nicht so verstanden. Ich glaube, so wie ich das mir vorstelle, kriege ich jedes Mal, wenn jetzt jemand versucht und scheitert, kriege ich Geld. Wenn er einmal geplatzt wird, dann ist die Mission auch für alle Ewigkeiten dann weg. Nehmen wir Kaskadenland. Boah. Wie sieht es mit deinem Odyssey aus? Alle Monde schon geholt, oder fehlt dir noch was? Ne, Mann, ich habe vorhin die allerletzte und schwerste Mission gespielt, aber vielleicht könnt ihr euch auch glücklich schätzen, wenn ihr es verpasst habt, weil wirklich lustig zuzusehen war es halt nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft und jetzt habe ich hier, auch wenn man es nicht sehen kann, 880 Monde. und alles voll. So, wo ist Lugi? Lugi. Wo bist du? Verstanden? Oh. Cityland muss neu platzieren. Ja, okay, aber ich weiß ja nicht, was ist denn überhaupt die beste Strategie? Ich habe halt in jede Welt, in die ich gekommen bin und das ist jetzt die dritte, ne, die vierte Welt, in der ich bin, jeweils einen platziert und dann immer nur gespielt einfach. Und ich weiß halt nicht, wie viele ich pro Welt platzieren darf, aber anscheinend hier mehrere, weil Karim hat ja vorhin auch irgendwie mehrere gemacht. Okay, oh, bei Nacht. Okay, was wäre schlau? Ich bin jetzt hier auf der Spitze, oder? Das Problem ist, ich weiß nie, wo ich überhaupt hier bin. Ich werde jetzt nicht so kreativ sein, ich werde ihn einfach auf der Säule da oben verstecken. Ja, ja, passt. Wahrscheinlich hat jeder zweite den auch wieder da platziert und ist richtig wow. Aber was soll es kommen? Ist oben? Ist über mir? What? Wo? Wie komme ich denn? Ich hätte dieses Ding aktivieren müssen, oder? Ich hätte, weiß ich nicht, nur eine pro Welt. Du kannst sie neu platzieren, wenn die Position nicht gefällt, bis sie eine gefunden hat. Eigentlich, okay, wäre es wahrscheinlich, wäre es nicht, warte mal, wäre es nicht der Schlau, in jede Welt einmal reinzugehen und einen zu platzieren und dann erst einen Ballons Spaß zu spielen? Aber Karim hat auch mehrere platziert. Oder der ist in der Sekunde noch mal, wo ich gespielt habe. Ach, scheiße. Machen wir das so, oder? Ich gehe jetzt in jede Welt einmal rein, platziere einen Ballon, inklusive Cityland, weil den hat dir jetzt schon jemand geknackt. Und dann? Oh! Hutland. Okay, ich sehe gerade ein, ich kann gar nicht so oft irgendwelche neuen Sätzen. Ich glaube, das würde mich mehr Zeit kosten. Ich glaube, es würde mich mehr Zeit kosten, überall jeweils einen neuen Mond, ich meine, Ballon immer hinzusetzen. Weil in dem Tempo, wie die, die immer zum Platzen bringen, lohnt sich das dann, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich mache einfach meine Strategie so weiter wie gerade. Dass ich immer, wenn ich irgendwo neu hinkomme, ich glaube, ich scheiße jetzt auf das Fossilland, oder wie das hier heißt. Ich mache direkt in der Wüste weiter. Gleich, wenn ich schon mal dabei bin, gehe ich jetzt mal kurz in den Shop, kaufe mal ein paar Sachen schon mal auf. Gibt es denn die meisten Münzen aktuell? Das weiß ich nicht. Wario Outfit ist lahm. Oh, das Outfit. Mario, Hacama. Gibt es auch in Mario Kart? Der sagt das immer genauso, wenn man das auswählt. Braut Mario, das gibt es noch nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe immer nur PKR Ballons gespielt. Was ist das denn PKR Ballon? Im Ballon. Was? Was hast du? Oh, was? Ich nehme einfach mal wieder das normale Outfit. Komm, war lustig, was anderes zu tragen. Oder, wisst ihr was, andere Idee, das machen wir vielleicht gleich. Nehmen wir das Mario Maker Outfit. Schon mal als Vorgeschmack für Mario Maker 2, was wir im Stream spielen werden. Nicht als direkt als nächstes, aber es kann, ist glaube ich nicht mehr ein Pilzkönigreich. Achso, jetzt habe ich am Anfang gemacht. Genau, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Erstmal, wo ist Luigi überhaupt? Genau, wir werden ja, wenn das Spiel hier vorbei ist, und das werden wir im nächsten Stream wahrscheinlich schon dann machen direkt, spielen wir New Super Mario Bros. DS und ich weiß nicht, was danach direkt kommt, aber irgendwann kommt ja dann auch Mario Maker 2 und dann ist das das Outfit, Baby. So, wo ist Luigi überhaupt? Warte mal, achso, er ist da in der Richtung Stadt. Okay. Luigi, wo bist du? Du bist direkt vor mir, alles klar. Letzte Woche gab es eine Direct, was sagst du dazu? Ich war nicht amüsiert. Also, es war ja letzten Dienstag und das Lustige ist, ich kam von der Arbeit und musste den Spaß im Zug gucken. So, im Zug war die Verbindung aber sehr, sehr schlecht. Was heißt, dass das sehr oft abgekackt ist. Das heißt, ich habe den Smash Brothers Trailer bis heute nicht zu 100% gesehen. Ich weiß, wer der neue Charakter ist natürlich, aber es hat mitten im Trailer schon abgehakt und war so richtig weg. Gerade als ich erfahren habe, oh, warte mal, ist das ein Mortal Kombat? Wer ist das? Wer ist das? Aber er ist aus Tekken, der Typ. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe nicht viel Tekken gespielt, ich habe schon mal Tekken gespielt, aber ich habe mir nie einen Charakter aus Tekken gemerkt. Ich fand, die waren jetzt nicht so ikonisch zu merken, wie halt aus Mortal Kombat oder natürlich Street Fighter. ähm, ja, das auf jeden Fall und sonst war halt nichts dabei. Ich glaube, das, was für mich das Highlight war, vielleicht, das Highlight war halt echt Mario und Rabbids super Spaß und das hatte eigentlich, das war eine Ubisoft-Präsentation. Ich weiß nicht, ob das Schlau ist, was ich hier mache. Mal gucken. Ja, sonst war eigentlich nichts dabei. Mario Party, okay, bestimmt nice. Wahrscheinlich hat Nintendo dazugelernt und hat direkt einen Online-Modus, was die dazufügen. Sonst war jetzt echt nichts dabei. Ich kann euch eine Stelle simulieren, eine Stelle simulieren, wo ich richtig Hype war und mir dann die Verbindung abgekackt ist. Wartet. Ähm, das ist halt wirklich genauso passiert. Ich hoffe, Ton kommt jetzt wirklich da raus. Per G8 von Nintendo Direct. Ja, 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 ja. Warte, ist das aber auf Deutsch? Na ja, aber es ist okay, es ist nur mit deutschen Untertiteln. So, ich suche jetzt eine bestimmte Stelle, die ich gesehen habe. aber wo, wo ist die? Per G8. Okay, ihr könnt hören auf jeden Fall. Ich suche eine bestimmte Stelle, ja, wo ich nicht hyped war, aber mir erhofft habe, dass da was Cooles kommt. Okay, es gibt Metroid auf jeden Fall. Ich habe ja schon eben über Metroid geredet. Ja, ich habe die Stelle gefunden. Ich habe die Stelle gefunden. So, ich sitze in der Bahn mit meinem Handy. Ja, gucke mir das auf meinem Handy an und ich simuliere das. Leider ist mein Bild ein bisschen asynchron, weil ich halt auf das Spiel getrimmt bin und das Spiel hat halt einen Delay und meine Kamera hat dadurch auch einen Delay. Deswegen, aber egal, ich werde jetzt einfach den Clip so abschieben, wie ich ihn gesehen habe. das war das Falsche. Ich spiele das jetzt so ab, wie ich das erlebt habe. Und kommen wir zu weiteren Nintendo Switch Spielen, sagt er. Und jetzt, und jetzt Sachen, die wieder zurückkehren. Und ich bin so, neues Mario Spiel, neues irgendwas. Und jetzt. So war das. So, so, das kommt zurück auf die Switch und ich so, und dann, und hier, Just Dance und dann ist genau der Stream abgekackt bei mir und ich war so, brr, im Bus, im Zug war das, meine ich. Ja. Also, ich habe, allein, ich habe zwar nicht viel gesehen, weil es die ganze Zeit abgekackt ist, weil die Verbindung furchtbar war, aber ich habe nicht wirklich viel verpasst. So richtig, was kommt, was kommt? Just Dance Und das war's. Das war schon hart, traurig. Okay, soll ich mit dem Typen immer? Ah, da ist er. Ich habe am Ende auch nur von der gehört, die Directs schaue ich mir mittlerweile gar nicht mehr an, ist manchmal auch schlauer. Mein Highlight ist, dass Wii U Project Zero Teil auf die Switch kommt. Habe ich schon überlegen, ob ich noch die Wii U Version hole. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ähm, ich kann mich an sehr viele Anime-Spiele ändern, wo ich genervt war. Vielleicht war das ja irgendwas davon. Mario Brothers? Okay. Und das neue Metroid, auch wenn es nicht Prime 4 ist. Ja, ich dachte so, okay, die zeigen immer noch kein Metroid Prime 4. Ähm, dafür Eris Lieblings-Franchise. Metroid. Wovon er gerade erst vor wenigen Minuten überhaupt erst erfahren hat. No! Alter! Nein! Ich hatte den... Okay, das ist Pech. Wirklich Pech. Das ist ein Horrorspiel. Das war wirklich Pech gerade. Ich dachte, ich habe ihn und Mario rutscht einfach nur weg. Bald kommt ein neues Mario-Spiel raus. Super Mario und Rabbids. Ja, genau. Das habe ich ja mitbekommen und das war so gesehen mein, ich sage mal, Highlight. Aber das war ja die Ubisoft-Konferenz und außerdem, ja, es ist... Okay, diesmal habe ich ihn. Es ist ja nicht so eine Art Mario-Spiel. Aber mal gucken. Ich habe ja auch nicht das erste Rabbids-Spiel gespielt, aber ich habe gesagt, falls ich mal alle Mario-Rollenspiele spiele im Stream, dann würde ich die halt auch dazu nehmen. Die beiden Rabbids-Games. Ubisoft war gut. Was hat Ubisoft rausgebracht? Solange es kein Rayman ist, habe ich... höre ich gar nicht mal zu, Mann. So, ich weiß, er ist unten irgendwo. Glaub mir, ich habe eine Strategie. Was hat Ubisoft denn nochmal gemacht? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Irgendwas cooles. Also, für mich war... Eigentlich das Einzige, was für mich dabei war, überhaupt bei der E3, war, was Eric mir gezeigt hat, nämlich Metal Slug Tower Defense. Nicht Tower Defense, aber Metal Slug Advanced Tactics oder sowas. Ich weiß, dass sie Advanced Wars von Game Boy Advance remastered haben. Soll ich das Ding nehmen? Scheint, glaube ich, nicht ganz so verkehrt zu sein. Jetzt in die Richtung. Far Cry oder Avatar? Avatar verstehe ich gar nicht. Ich meine, was ist Avatar? Also, ich weiß, was Avatar ist, aber was ist aus diesen Avatar-Filmen überhaupt? Wollten die nicht irgendwie noch fünf weitere Filme machen? Der erste Film, der kam 2009 raus. Und dann, ja, wir haben schon Drehbücher für noch weitere vier Filme geschrieben. Und dann kam nix. Und jetzt gibt es ein Videospiel? Ich verstehe es nicht. Ich weiß die Titel nicht mehr genau, aber die Spiele sahen cool aus. Gute Grafiken, qualitativ aus. Ich bin selber nicht so offen für neue Franchises. Ich würde irgendwie das, was ich kenne und dann mehr Neues und Cooles dazu haben. Mal sehen, ob das gut ist, was ich hier mache. Leider kann ich die Kamera nicht drehen. Das heißt, ich weiß ja zum Beispiel nicht, ob der da oben ist, aber scheinbar nicht. Dahinter aber. Okay. Far Cry 6 oder was auch immer. Gab es nicht einen Far Cry Film mit Til Schweiger? Warte mal, gab es das nicht sogar wirklich? Oder ist das irgendein komischer Fiebertraum, den ich hatte? Dass es das gibt. Das kommt mir nämlich irgendwie vor wie irgendwas, was nicht wirklich existiert. Was man sich irgendwie nur ausgedacht hat. Ist hier irgendwie Bonuszeit? Ja, wenn ich es so mache. Hallo? Okay. Okay, du hast mich überlistet. Ich bin komplett überlistet worden, weil ich komplett verwirrt wurde durch dieses, was nicht mehr aufgehört hat, Stromnetz zu machen. Aber ich habe echt das Gefühl, im Pilzgenückreich bin ich am erfolgreichsten gewesen. Oder Hutland. Eigentlich Hutland. Die beiden so. Hier bin ich und Cityland, so bin ich voll kacke irgendwie. Der scheint ja irgendwo hier zu sein. Kann ich ihn auch in der 8-Bit-Passage verstecken? Das wäre ja krank. Okay, ich bleib stehen. Und? What? Oh, wieso? Okay, warum sind manchmal die Regeln einfach außer Kraft gesetzt? Wie zum Beispiel, dass Mario auf den Hut nochmal springt, wenn er springt oder sowas. Was ganz allgegenwärtig ist. Aber er manchmal dann einfach doch nicht macht, wenn es gerade mal wichtig ist. Okay, Jacob. Danke für deinen bester Mann. Wirklich. Ja, okay. So gefällt mir das. Ich will halt Geld sammeln. Wie gesagt, ich will nicht beweisen, wie krass ich in diesem Ballonspiel bin. Ich will nur Geld verdienen. Sven. 480 Meter entfernt. Irgendwie zu langsam kann das sein. Aber ich sehe den aber immerhin. den müsste ich kriegen. Danke, Sven. Ja, was geht's sonst mit E3? Was hat Nintendo? Gibt's nicht? Zumindest das, was... Ich hab die Nintendo Presentation gerade an, aber ich wünsche, es würde irgendwie zusammengefasst sein, was da alles kam. Ich meine, am Ende natürlich Breath of the Wild 2. Darüber haben wir ja schon vorhin im Stream geredet. Natürlich krass, wobei ich sagen muss, im Trailer finde ich nicht, dass man viel sehen konnte irgendwie. Also das kann ich euch auch mal gerne zeigen. So. Wir analysieren jetzt mal ganz kurz. Wir machen jetzt die Analyse. Was könnte dieser Trailer bedeuten? So, das mache ich, was diese ganzen anderen Hübschüber alle auch machen. Ja, das machen wir jetzt auch. So, ich zeig's euch. Ähm, okay. Das ist... Das geht eine Minute 38. So. Bis hier irgendwas passiert. So, bis hier hin, ja? Bis hier hin. Vorher sieht man nichts. Ist nur dieses Nintendo-Logo und das. Gehen schon mal... Das ist jetzt die dritte Sekunde. Gehen schon zwei Sekunden drauf. So, hier passiert aber auch nicht viel. Sagen wir... Bis man wirklich was erkennt. Siebte Sekunde, ja? Okay, es sind sechs Sekunden, wo man nichts gesehen hat. Sechs Sekunden sieht man nichts. Bis hierhin sieht man dann was. Dann... Ja, warte mal. Von 18 bis... 24. Also nochmal sechs Sekunden schwarzer Bildschirm, wo man nichts sieht. Dann, wow, Link, ne? Eigentlich Breath of the Wild. Wie heißt dieser Spaß? Skyward Sword. Genau das gleiche. Was auch immer. Zumindest sieht das ein bisschen so aus. Dann sieht man wirklich mal ein bisschen was. Und dann sieht man... Ja, gut. Das zählt... Ah, ist das laut. So, und dann schwarzer Bildschirm wieder. Dann schwarzer Bildschirm. Und hier sieht man eigentlich gar nichts mehr so richtig. Da hat man hier einfach nur ein Standbild. So, das heißt, ab Minute 1, 5 oder 1, 6 ist das Video für mich zu Ende. Das heißt, das Video ist eine Minute 6 lang. Hier fehlen vier Sekunden, hier fehlen vier Sekunden. Das heißt, von dieser 1 Minute 38 ist effektiv nur eine Minute, wo man überhaupt was zu sehen bekommt. Muss man auch mal sagen, wie es ist. So ist es. Ähm. Ja. Und ich finde, dafür bekommt man nicht sehr viel zu sehen. Aber gut, was sonst. Ich bin ja zum Glück nicht gehypt auf das Spiel, weil ich auch den ersten Teil nicht gespielt habe mal wieder. Ja, und Skyward Sword habe ich auch nicht gespielt. Auch wenn jetzt ein remastertes Spaßspiel davon rauskommt. Mehr in die Richtung, oder? Oh, ich sehe ihn. So, ich weiß, Skyward Sword hat seine Fans und seine Hater auf jeden Fall. Also, wenn die... Ich habe immer gehört, dass diese Tutorials mit Vieh ganz, ganz, ganz furchtbar sein sollen, dass die einen zulabert. Wenn die das ein bisschen verändern, kann es bestimmt nicht mehr so schlecht sein, das Spiel. Ich finde diese HD-Ports nicht so cool aus bei Wind Waker HD. Wind Waker HD ist auch tatsächlich das einzige von den Spielen, welches ich selber besitze. Natürlich nicht durchgespielt. Was denn auch sonst? Gibt es denn das mal, dass ich ein Zelda-Spiel durchspiele? Aber ich habe das gratis bekommen damals von Nintendo, weil die Wii U sich ja wirklich wie ein Flop verkauft hat. Und dann habe ich Mario Kart 8 damals gekauft und da gab es halt diesen Deal, du kannst hier ein gratis Spiel dazu aussuchen. Oh, ich sehe den Mond schon. Äh, Ballon. Und ich habe mich dann für Wind Waker entschieden. Das ist eigentlich ganz cool, das Spiel. Es wird jetzt gerade wieder gemunkelt, ob Twilight Princess HD und Wind Waker HD auch irgendwie nochmal auf die Switch geportet werden sollen. Ähm, ob das so ist, weiß ich nicht. Würde bestimmt Sinn ergeben, weil nur ungefähr 14 Leute auf der Welt eine Wii U gekauft haben. Ähm. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe Twilight Princess zum Beispiel ganz gerne gespielt. Und ich würde es, wenn ich es natürlich nochmal kaufen sollte, wollte oder was auch immer, dann würde ich es natürlich lieber jetzt auf der Switch haben als auf der Wii U. Die Wii U ist eine tote Konsole. Und die Wii U hat, äh, die Switch hat halt mehr Möglichkeiten, das nochmal portable zu spielen, wenn man es halt wollen würde. Das können die nicht nochmal porten. Das ist ja wieder hinter der Sohle. Ja. Die können das nicht nochmal porten. Das können die nicht ernsthaft bringen. Aber das heißt ja wieder, man munkelt, es wäre so. Man sagt ja auch, hey, die Switch Pro kommt und diesmal ganz bestimmt. Ja, und bis jetzt haben wir immer noch nichts davon gehört. Und bei der, wenn bei der Direct Nix angekündigt wurde von der Switch Pro, dann kommt auch keine Switch Pro. Jedenfalls nicht dieses Jahr. 38 Sekunden verschenkte Lebenszeit belastend oder alltäglich? Rote Ampeln sind länger rot. Genau, und autofreie Sonntage. Ach. 20% auf Tiernahrung. Okay. Ist ja wieder hinter der Säule. Nee, ist da hinten. Ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn mir die Ballons geschenkt werden. Ist eine nette Nebenbeschäftigung. Aber mir ist immer noch heiß. Also mir war eben heiß, weil ich halt dieses super ätzende letzte Level gespielt habe. Aber jetzt ist mir wieder ein bisschen heiß geworden. Ist halt nicht einfach. 20% auf alles, was keinen Stecker hat. Switch hat keinen Stecker. Also zumindest nicht die Switch Lite. Zumindest nicht so einen Stecker. Okay. Ich seh den. Oh, ich seh den Mond. Ich sag immer Mond, okay? Ich hab mich erst mal von Sternen erst mal gewöhnt, Mond zu sagen und jetzt muss ich mich vom Mond auf Ballon umgewöhnen. Das ist echt nicht leicht. Aber die Framerate von diesem Kerl ist auch richtig niedrig irgendwie, wenn der nah ist. Äh, nicht nah ist, meine ich. Fenster aufreißen draus ist angenehm kühl. Würde ich gerne. Kann ich aber nicht während ich streamen. Das kann ich erst nach dem Stream machen, weil ich wohne direkt an der Hauptstraße und es ist richtig laut, wenn ich die Fenster aufmache. Das ist nicht schön. Das, ich, ich kann nicht. Also ich kann nicht das Fenster aufmachen, wenn ich streame. Geht nicht. Sonst wird das ein qualitatives Desaster. Ist halt so. Aber nach dem Stream wieder. Ich hab hier vor dem Stream aufgemacht. Da hinten ist der. Ballon. Guck mal, allein jetzt schon ist ein Krankenwagen unterwegs und vermutlich hört ihn. Obwohl, der hat jetzt aufgehört. So, aber wenn ich das Fenster aufhabe, ist es so laut, dört man gar nichts an. Anderes. Aber bei mir ist, glaube ich, zumindest war es den ganzen Tag angenehm kühl im Vergleich zum vorher. Mir wurde gesagt, dass es halt irgendwo im Osten immer noch ätzend heiß draussen ist. Tristan. Okay, let's go. Er ist unten. Ich mach einfach einen special Trick. Seh ihn auch schon. Ich soll jetzt nicht aussehen in das Loch. Nein! Nein! Okay, danke. Darf ich ihn noch mal holen? Nicht reinfallen. Nicht wieder reinfallen. Nicht wieder... Darf ich dieses scheiß Ding jetzt nehmen, oder was? Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Hör auf damit! Nein! Oh, Tristan! Oh, Tristan! Tristan war mir... Übertrieben überlegen. Tja. Ihr denkt, der ist einfach zu holen. Ihr denkt, das ist ein einfacher Ballon. Es ist sogar so schlimm, dass ich die Welt verlasse. Das war mir zu viel. Das war mir zu viel. Ich hab nicht mal... Ich konnte nicht. Ich bin mal da weggerutscht und... Und dann hab ich noch mehr Versuche bekommen. Ich war so, oh cool, mehr Versuche. Jetzt hol ich mehr. Aber Mario war wieder so... Es hat nicht mehr aufgehört. Es war furchtbar. Ja, danke. Reden wir nie wieder darüber. Danke. Sollen wir als nächstes hingehen? Ich kann holen. Okay, Kaskadenmann ist durch. Ähm... Wie wär's mit... Wolken? Und da gibt's... Gibt's ja auch Luigi Spaß? Machen wir was, England. Wie viel Geld hab ich überhaupt? Ich glaub nicht, dass ich heute noch schaffen würde, alle Sachen einzusammeln, leider. Aber ich glaub, dann ist das halt so. Dann schließen wir das Spiel dann damit ab. Ich mach... Ich mach keinen weiteren Stream mehr. Also, es ist okay. Ich glaube, das... Hätte keinen Mehrwert, sagen wir mal so. Es hätte keinen Mehrwert, jetzt nochmal einen Stream zu machen, wobei nur noch weiter Ballonspaß spielen, um Münzen zu sammeln. Um... Klamotten zu kaufen, die ich eh niemals tragen würde. Wisst ihr? Deswegen... Luigi ist da oben. So, wir haben's durchgespielt. Mario Odyssey war ein wildes Spiel, besonders das allerletzte Level natürlich. Aber es hat echt Suchtpotenzial, das zu spielen. Kann ich's im Shop verstecken? Warte, ich will hier raus. Warte mal, ich will raus und dann schwimm ich irgendwo an die Oberfläche. Wette, daran hat noch nie einer gedacht, das zu machen. Ich komme auf eine ganz originale Idee. Zwar will ich den in der Mitte. klar, ich wette, jeder Zweite wird hier sein. So, der ist... Lass mich raten. Der ist genau da, wo ich ihn versteckt habe. Um ein Slot weiter links. Egal. Ich glaube, ich mag das aber nicht hier. Ich stehe nicht so auf die Unterwasser-Level. Auch wenn es... jetzt durchaus machbar für mich ist. Habe ich nicht so viel Spaß daran, unter Wasser die ganze Zeit rumzuschwimmen. Ist der Hut denn schon auf dem Schloss im Filzkönigreich? Was? Oder brauchst du dann dafür 999 Monate übrigens? Gibt es ein erschwertes Finale im Hochzeitsein? Du kannst die Stockfinster-Sette nochmal machen. Die Sphinx hat dann neu erfahren. Okay, verstehe mich nicht falsch, aber irgendwie lockt mich gar nichts davon. Besonders das allerletzte nicht nochmal. Wobei es nicht mal so schwer ist, zur neuen Sphinx zu kommen. Aber... äh, zur Sphinx zu kommen. Aber... Weil die schweren Sachen erst danach so eigentlich anfangen. Aber... Irgendwie will ich nichts mehr davon machen. Also für mich ist das Ding echt hier dann mehr oder weniger schon durch. So, um 999 Monde zu sammeln. Also jetzt noch 119... Ist das so? Mehr? Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mathematisch planiert. Ähm... Müsste ich einfach jeweils Monde neu kaufen. Also, im Klartext... Das war ein neues Klick. Heißt das weiter Ballonspaß spielen. Noch mehr Ballonspaß, um einfach nur stumpfe Monde zu kaufen. Um halt die Zahl auf 999 zu sammeln. Ich glaube nicht, dass das der Sinn ist. Ich glaube, der Sinn ist wirklich, die 889 offiziellen Monde zu sammeln. So stelle ich mir das eher vor. Ich meine, ich könnte das Final... Boss-Battle nochmal machen, aber irgendwie reizt mich das auch nicht, das nochmal zu machen. Ich glaube, es ist schon gut, wie es so ist. Ich glaube, es ist in Ordnung. Der ist oben. Oh, du bist gut. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme. Scheiße. Okay. Hat sich herausgestellt, ich bin komplett überlistet worden hier. Ach, wie du meinst. Äh... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ja, okay, du hast mich besiegt. Ich... sehe es ja an. Jetzt nicht auszusehen auf nochmal pflücken. Ich will einen anderen machen. Ich will nicht nochmal den. Sven schon wieder. Er ist unter mir diesmal. Okay, das haben wir ja schon mal bewiesen, dass es möglich ist, hier durchzukommen. Also ich sag mal so, indem wir jetzt weiter Geld sammeln und Outfits kaufen, es bringt uns ja eigentlich auch gar keinen neuen Content mehr und ich sehe das jetzt gerade alles noch als optional an und nicht mehr als Story relevant für 100%. Von daher... Glaube ich, ist das Ding auch für mich hier durch dann. Machen wir noch ein paar Minuten den Spaß hier und dann... Was ist das dann? Es ist aber durch mit Odyssey. Endlich. Nach wie vielen Streams? Das ist unser 10. Stream oder so? Mit Abstand unser längstes Spiel im Marioton. Wirklich mit Abstand. Ich glaube, das längste, was wir vorher hatten, war Mario... Wo ist das? Mario Galaxy 2 mit 5 Streams? Das hier ist deutlich länger gewesen. Krass. Ich glaube auch nicht, dass... Ich weiß nicht, ob irgendein anderes Spiel das noch überbieten wird. vielleicht Mushroom King im Fusion, aber... Sonst wüsste ich's nicht. Da hat man nicht schon mal Lucy... Ach ja, Lucy war da hinten. Ja, aber dann machen wir teilweise wirklich Missionen doppelt, ne? Ich dachte, wenn einmal einer geplatzt ist, dann verschwindet die Mission von der Person. Deswegen, ich glaube, es ist okay, mit Odyssey fertig zu sein. Sonst würden wir jetzt nur noch Ballonspiel spielen. Denk mal an die Mario... Super Mario Run-Target zurück, wo wir irgendwelche Todt-Ready oder wie das heißt, gespielt haben, nur um da irgendwas zu erfahren, was halt null Spaß gemacht hat. Das hier ist was anderes. Das macht Spaß. Das ist, ähm... Das kannst du nicht mit Mario-Handy-Typ-Spaß vergleichen. Ähm... Aber auch das kann natürlich immer ein bisschen stumpf werden, wenn man den ganzen Tag jetzt nur das spürt, irgendwie. Oh, scheiße. Ich bin schon aus dem Kreis. Von daher... Würde ich mal Holly's dir jetzt abgeschlossen ansehen. Und allein schon, dass wir dieses ekelhafte, super letzte Level gemacht haben und geschafft haben, ist für mich eh durch und bestanden. Okay, ich finde es leider nicht. Naja, du bist mir zu gut. Ich finde es nicht. Er ist da hinten. Super. Oh! Okay, ich würde eh gegen die Wand knallen. Das ist ein Ausdruck hier. Tja. Ich will wieder die Welt wechseln. Ich mag die Welt hier nicht so. Verlassen. Ja, verlassen. Außerdem würde es sich jetzt besser anfühlen, in eine Art Sommerpause zu gehen, weil ich merke, eigentlich war es... Eigentlich war es schon heute ein bisschen zu warm zum Scream. Das habe ich ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe, auch gemerkt. Auch wenn es heute kühler draußen war. Es wird halt, wenn man hier drin die Fenster zulässt, wird es halt trotzdem sehr warm hier drin, immer noch. Bei uns ist das kalt. Also draußen ist auch kühl, aber wenn ich, wie gesagt, hier drin nicht die ganze Zeit durchlüfte, dann... Und dann die ganze Zeit diese gepolsterten... dieses Headset trage, ist das echt hart. Also jetzt gerade ist mir ultra heiß und ich werde gleich die Fenster so fett aufreißen als machen wir einen Stream. Das ist sehr klar. Und deswegen... Aber es wäre halt blöd, lange keine Streams zu machen, so einen Stream, bevor man Odyssee durch hat. Aber jetzt, wenn wir das hier durch haben, dann... fällt mir das dann, glaube ich, ein bisschen leichter. So, warte mal. Ich glaube... Gibt es hier auch Spaß? Ach, ganz ehrlich, geh mal ins Pilzkönigreich. Da hatte ich irgendwie am meisten Spaß. Das war irgendwie das Coolste, um da Sachen zu sammeln. So, und dann gucke ich mal in meinen eigenen Streamcodes rein, was überhaupt ansteht. So, und dann gucke ich mal in meinen eigenen Streamcodes rein. Ah, ich höre meinen eigenen Stream. Okay. So, was ist als nächstes dran? Marioton. New Super Mario Brothers DS. Sehr spannend. Also, was ich euch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ganz, ganz viel nach diesen ganzen Streams erst mal 2D wiederkommt. 2D-Mario-Spiele. Mit Starcoins und allem drum und dran. Also, so wie wir es von früher noch kennen. So, New Super Mario Brothers DS. Danach Super Mario Bros. Next Demo. Das ist ein New Super Mario Bros. 2 Hack. Ein Ein-Welt-Hack für ein 3DS. Dann Super Mario Bros. Super Mario Bros. 1X. Super Mario Bros. 1X. Das ist ein Super Mario World Hack. Im Stil von Mario Bros. 1. Dann Super Mario Bros. Next Sunset Shows. Wieder ein Ein-Welt-Hack von New Super Mario Bros. 2. Dann Super Mario Power Star Frenzy. Das ist wieder eine Demo, die nicht vollständig wurde. Das ist ein Fan-Game. Das ist nicht mal ein Hack oder sowas. So, und dann kommt Super Mario Maker 2. Super Mario Bros. Next Level Shit. Genau, das ist es. So, und dann Super Mario 3D World. Und das wird, glaube ich, das nächste... Ne, Mario Maker oder Mario 3D World. Das sind beide so Mammut-Spiele. Also, die wirklich viele Streams wahrscheinlich haben werden. Dann Bowser's Fury. Ich habe das einfach mal separat reingeschrieben. Das ist ein kurzes Spiel. Und dann Mushroom Kingdom Fusion. Was auch ein langes Spiel sein wird. Und das beendet den Marathon. Sofern nicht irgendwas Neues rauskommt in der Zeit an Spielen. Sei es jetzt ein offizielles Nintendo-Spiel. Also jetzt, ne, in Mario Jump'n'Run-Ziel. Mario und Rabbit zählt da natürlich nicht dazu. Ähm. What? Wo ist denn der? Okay. Der hat mich wieder mal überlistet. Ähm. Oder ein Hack, der so gut ist, dass er vielversprechend ist, dass man ihn spielen kann. Die vielversprechendsten wären, glaube ich, so diese Mario 64 DS-Hacks, auf die ich warte. Wenn da zwischen einer rauskommt, würde ich mir überlegen, den noch mit in den Mariotorn irgendwie reinzunehmen. Bis dahin. Also wenn, bis wir das fertig haben sollten. Und falls wir die dann alle durch haben und es dann durch ist, dann können wir... Ah, ich will nicht den gleichen nochmal. Scheiße. Okay, mein Fehler. Kann der auch so da hoch? Nee, ne? Ja, mein Fehler. Ich hab den auszusehen nochmal gewählt. Ähm. Genau. Dann können wir darüber reden, was der nächste Marathon wird. Ganz um meine Spitze war der bei 74 Meter, aber 17 Sekunden muss wahnsinnig gute Skills haben. Ey, dafür, dass das eine Easy-Mission war, sehe ich das irgendwie gar nicht ein. Erik! Eins. Okay. Wo ist er? Da ist er. Schon besser. Ich! Ja, du warst das. Schreiben wir Erik mit C oder mit K? Im besten Fall mit beiden Marlo. Okay, jetzt kommen wirklich die ganzen Bekanntschaften. Das soll ich eher sagen, ehemaligen Bekanntschaften. Ist er wieder in der Höhle? Ja, ne? Nur C. Ja, ich weiß das ja, aber... Zumal der Joke, wie schreibt man Eric mit... Einfach mit CK. Wer zum Teufel nennt sich Hut64. Wie hieß der so? Hab ich nicht gesehen. Also nicht Marlo auf jeden Fall. Joke, weh. Eins. Okay, wieder Höhle. Wieder in die Höhle. Let's go. Jeder, der denkt, der ist original, dass er ihn hier versteckt. Naja, ist nicht ganz original. Aber ich freu mich jedes Mal trotzdem wieder drum. Das heißt, mehr Geld für mich. Und nochmal ein Rang erhöhlen. Leider dauert das immer länger mit Rang erhöhung. Also ich hab das Gefühl, am Anfang haben wir schon schneller Geld verdient. Lass mich raten, wir gehen wieder in die Höhle. Alles klar. Kann ich hundertmal machen, wenn's sein muss. Oh, diesmal ist aber viel strenger mit der Zeit. Warum ist das denn? Okay. Können von mir aus hundertmal in diese Höhle wieder reinlaufen. Und jedes Mal wieder neue Geld da rausholen. Familie K. Oh nein, er ist wieder da. Oh, scheiße. Aber ich hab 40 Sekunden. Mal schauen. Jetzt hab ich nicht gesehen, ob der an der Spitze war. Hab ihr das gesehen? Nein. Oh Gott. Komm schon. Wo ist sie? schneller. Schneller. Nicht runterfallen. Danke. Hier geht die Zeit aus. Nein! Besser wäre, die andere Höhle von zwei Seiten betreten kann. Ey! Warum hat sich Mario da nicht festgehalten? Es wäre erfolgreich abgeschlossen gewesen. Nein, ich sehe es nicht, einen Ballon nochmal zu machen. Obwohl ich es easy geschafft hätte, mache ich das nicht nochmal. Lieber gehe ich noch zehnmal mehr in diese bekackte Höhle rein. Er ist nah. Ah, er ist unter. Damn. Autsch. Boah, das war echt echt ein Tritt ins Gesicht eben mal wieder. Das hat ein Eric wieder. Eric hat ein... Warte mal. Ist das, wie lange du Saints Row gespielt hast? 22 Stunden? Eric hat 22 Stunden Saints Row gespielt. Jetzt am Stück? Ich check das nicht mal. Was ist mit dir? Ich meine... Ich... Der ist wieder oben. Wie spielt man denn 22 Stunden Saints Row? Ich habe das schon immer schneller durchgespielt. 223 Minuten. Achso. Anstatt also in Twitch-Send zu schreiben, schreibt mir mir das nochmal privat. Du Frechdeckst. Kann ich die ganze Zeit deine Nachrichten lesen? Ich muss die ganze Zeit das Handy immer wieder runterschieben, weil die Nachrichten bei mir nicht aufploppen. Das Problem ist, meine Nachrichten, die ploppen nicht mehr auf bei mir. Und das liegt halt da dran, weil ich das mal irgendwie ausgeschaltet habe, als ich Mario Run gestreamt habe. Hallo. Und jetzt nicht mehr checke, wie ich das einschalte. Ja. Ach, Eric. Küsschen. Heul nicht. Ach, jetzt mal. Eric schickt gerade unanständige Emojis. Dexter. 200. Okay. Auf in die Höhle! Nein, das ist nicht die Höhle. Los. Okay. Ja, kein Problem. Zeiten und Verstecke werden schwieriger, glaube ich, je höher dein Streak ist. Ich dachte, es wird hier mein Level schwieriger. das kann natürlich auch von der Streak auch mit abhängen. Ich dachte, das wäre vom Level her abhängig. Oh, was soll's? Hey, guck mal. Eric, wieder mal. Ist er wieder in der Höhle? Nein, diesmal ist er in der Richtung. Eric geht jetzt. Also nicht der Eric, der uns gerade den Ballon hier versteckt, sondern der Eric aus dem Chat. Okay, danke fürs Mitmachen, Erich. bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Dieser Erich ist jetzt weg. Der unglaubliche Mario-Cart halt. Andrei. Elf Sekunden. Okay. Oh, okay. Gerne, Andrei. Ich habe kurz überlegt, ob ich lieber nicht den nehmen soll. Aber er schenkt mir den. Das finde ich super. Gut für die Streak. Gut für die Winning Streak. Boy. Bööö. Was spreche ich denn aus? Oh, wieder oben. Okay, was kriege ich denn? Ich glaube, dass ihr ihn schon gesehen habt. Komm. Boah, dauert das lange. Scheiße, komm schon. Er hält sich nicht drum fest. So, jetzt bitte nicht verkacken diesmal. Alter, komm. Das war wieder knapp. Er liegt vor mir und ich kriege den nicht gepackt. Es ist schon wieder knapp geworden. Wäre ich wieder runtergefallen, wäre das vorbei. Oh, ja, gerne, 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 gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Wieso machen Leute das? Ich meine, haben die selber, die haben doch nichts davon, oder? Das ist mein Besser für mich. Bruno? Okay, Bruno. Ich habe nie Bruno den Film gesehen, übrigens. obwohl ich schon ein bisschen fern von Sesha Baron Cohen eben seine Werke habe. Warte mal. Ach, da unten. Besonders Ali G. Okay, ich muss morgen früh raus. Ich verlasse dich jetzt schon. Wünsche auch viel Spaß in dem Mario zu haben. Vielen Dank. Das wird das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob du noch dabei bleiben wirst bei dem nächsten Mal, weil es Odyssey ist vorbei. Du hast ja gesagt, Odyssey ist dein Lieblingsspiel, meine ich. Aber ne, sonst gerne kannst du hier zurzeit vorbeikommen. Würde mich freuen. Okay, okay, und wir müssen da runter wohl. Da ist er. Okay. Ich kann es kaum erwarten, dass ich mal oder kaum glauben eher, dass ich irgendwann mal ein anderes Spiel außer Mario Odyssey spielen werde. Andererseits Smash Brothers Marathon, da habe ich Smash Brothers für Wii U 24 Streams am Stück oder so nur von diesem Spiel gemacht oder irgendwie sowas. Also da kann man sich echt nicht beschweren, dass Mario Odyssey jetzt 10 Streams lang war. Ah, ist ja mal wieder in der Höhle. Das bleibt nur mal wieder Zeit. Die gute alte Höhle, die kommt niemand, dass ich da einen Ballen verstecke. Und doch erwischt. Okay, und die anderen Mario Spiele hängen wieder an. Es wird wieder 2D und auf Goomba springen und Mann, wo ist dieser Starcoin? Sieben Sekunden? Okay, ich nehme die Challenge an. Er ist da unten. Vermutlich unter der Brücke. Okay, sehr gut. Und dieser Typ, diese Mütze guckt richtig so skeptisch. Oh, durch unsere Winning Street kriegen wir richtig Asche. Ich glaube, irgendwie liegt mir dieses Level am besten. Ich glaube, weil es hier viel weniger Bullshit-Momente gibt als in den anderen, die ich bis jetzt gespielt habe. Wutland war auch noch okay. Meistens jedenfalls. Aber hier schaffe ich es echt, dicke Winning Street aufzubauen. So. Oh, scheiße. Ich brauche nur noch ein paar mehr. Ich werde meine Winning Street jetzt beenden, weil ich habe mein Geldbot ist wieder voll. Dann ist meine Gewinnreihe Flöten. aber so ist das halt. Scheiße, ich brauche nur ein paar mehr. Ein paar mehr Dollars. Verlorenes Land. Ich will aber eigentlich gar nicht verlorenes Land. Irgendwie gefällt es mir gerade hier. Gib mir ein paar Münzen irgendwo. Da sind ein paar Münzen. Hier, die, die mal ehemalig ehemalig lila Münzen waren. Du, ein paar. So, noch zehn mehr. Es lohnt sich einfach gerade nicht noch eine neue Runde hier anzufangen, weil ich in zehn Münzen mein Maximum erreicht habe. So, noch vier Stück. Achso, entdeckt mir noch einen Shine Sprite oder Stern oder was auch immer. Und dann habe ich einen 9999 und kann mir was davon kaufen. Perfekt. Perfekt. Okay, gib mir. Wie viel könnte ich, ich könnte auch mehr davon kaufen, will ich aber gar nicht. Ich wollte mal gucken. Ähm. Ja. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Die ziehe ich jetzt auch an. So, jetzt brauche ich noch, oh, der kostet 5000, 8000. Okay, warte mal. 6, 9500, 10, 5, 11, 14, 1000, uff. Äh. 60, äh. Ich glaube, wir brauchen ungefähr 64.000 Münzen. 64.000, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich glaube, dann beende ich hier. Wir haben die zwei dicken Outfits gekauft, darauf kommt es an. Ähm. Uh, was ist denn das? Ich bin wie dieser Amiibo. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Animationen mehr. Wow. Warte, hat der eine Schwimmanimation? Ich meine, selbst ein 8-Bit-Mario hat ja Animationen gehabt. Der ist ja wirklich so eine Standfigur hier. Wie der Amiibo halt davon. Deswegen wird er wahrscheinlich auch keine Schwimmanimation haben, wenn er schon keine Laufanimation hat. Oh, warte, hier ist gar kein Wasser. Ja gut, dann beenden wir das hier aber. Ich schaffte es heute nicht mehr, 64.000 Münzen noch mir zu erwirtschaften. Das ist einfach zu viel. Und, ähm, ja, dann werde ich auch nicht mehr weiter Mario Odyssey spielen. Das ist für mich abgeschlossen. Und das war ein super Spiel, wie gesagt. Das ist höchst, ähm, höchstes Suchtpotenzial drin. Also, selten verliere ich mich so in einem Spiel. Man könnte immer und immer weiterspielen. Ich hab echt vergessen, wo Wasser ist. Hier ist Wasser. Okay, tada, ganz spektakulär. Irgendwie könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, so das Spiel durchzuspielen, als diese Mario-Figur, die einfach nur eine animationslose Figur hier ist. Irgendwie fehlt da was. Aber es ist halt echt ein lustiger Gag für 9.999 Geld. Spielt er sich anders? Nee, gar kein bisschen. Das macht es ja noch komischer, dass er sich genauso spielt, wie man, wie halt alles andere auch so. Es sieht halt nur richtig komisch aus. Er steuert sich ganz genau wie immer. Ja. Okay. Dann, ähm, ist das ein super Zeitpunkt, hier aufzuhören. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zusehen von Mario Odyssey. Es war eine lange Reise, das Spiel durchzuspielen. Wie gesagt, ich hab das das erste Mal durchgespielt mit euch im Stream. Kann ich hier nicht sammeln. Oder hab ich hier grad schon sammelt? Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Klar hatte das Spiel Frustmomente. Klar waren Frustmomente davon, das letzte Level, was wir heute gespielt haben. Was denn auch sonst? Und vielleicht auch, ähm, Volleyball und so. Aber es ging alles. Es ging alles. Also ich bin froh, dass wir es echt geschafft haben, zu 100% zu machen. Dank meiner Hilfe. Ja, absolut. Dank deiner Hilfe und dank auch von ein paar anderen von euch habt ihr mir auch auf jeden Fall geholfen. Sonst würden zwar mutlich noch zwei oder drei Streams mehr davon sein. Ähm, genau. Ich bin auch nicht böse drum. Im Gegenteil. Ich finde es gut, dass ihr mir geholfen habt, damit wir auch zügiger hier ein bisschen durchkommen. Ich meine, zehn Streams sind schon echt genug für ein Spiel. Je nachdem, was es ist. Damit wir auch mal weiterkommen. Und ja, also es hat mir sehr gefallen. Und ich werde sicherlich irgendwann das mal wieder für mich privat auch mal zocken. Ich meine, ich habe es mir extra gekauft. Wenn es jetzt nur noch rumliegen würde, wäre es ja auch schade. Und ja, es ist spannend. Wir fallen oft Sachen ein, die ich sagen will zu einem Spiel dann am Ende. Und dann fallen sie mir erst dann nicht mehr ein, wenn das Spiel dann wirklich dann so weit ist, dass es vorbei ist. Und dann fallen sie mir nach dem Stream wieder ein. Und hier wird es bestimmt nicht anders sein. Ähm, aber hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Es lohnt sich, es zu spielen. Mario Odyssey, meine lieben Freunde. Cooler Soundtrack. Steuerung größtenteils sehr gut. Nicht Bullshit mäßig. Äh, oft fair, nicht immer fair. Aber es ist ein Magelspiel, es kann nicht immer fair sein. Insofern gibt es. Falls ihr irgendwie zu dieser, diesen komischen Leuten gehört, so wie ich, die es bis jetzt nicht gespielt haben, obwohl sie eine Nintendo Switch haben, dann wird es jetzt aber an der Zeit sein, euch das zu holen. Okay, wir machen hier Schluss. Und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streamen werde, weil es heiß ist. Ich versuche, dass das Wetter erstmal abkühlt. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Ähm, mal gucken, wie es die Tage jetzt wird. Und wir würden als nächstes, wie gesagt, dann, äh, New Spam Mario Bros. äh, DS spielen. Ein, äh, Mario Bros., äh, New Spam Mario Bros. Hack für Nintendo DS. Und mit schön aufpolierter Grafik, weil wir jetzt einen guten PC haben, womit mal einen DS-Imulator spielen können. und es wird richtig cool, wieder 2D-Plattform-Action, so wie ihr es sonst auch meistens gewohnt wart. Hoppala. Und genau, ich wünsche euch eine schöne Nacht, hoffentlich nicht so heiß, und, äh, amüsiert euch gut. und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ciao.